Wir sind live, wir sind live, ey Leute, ich hab's einfach verpasst, man, ich hab den Countdown verpasst, ich hab den Countdown verpasst, Leute, aber coole Neuigkeiten, das Event ist jetzt online, ihr seht, der Countdown ist zu Ende, wir drücken auf Play, und Leute, ich kann euch jetzt, glaub ich, im Event auch kostenlos Items verteilen, oder, oh ja, ich hab ein Abzeichen, okay, 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 willkommen zu The Hunt, erste Edition, okay, Leute, oha, hä, der hat das neue Core-Blocks-Dings da, Hä, warte mal, in 15 Tagen, was ist in 15 Tagen, naja, Leute, es hat auf jeden Fall jetzt angefangen, wir sind hier in der Lobby, und wir haben hier, oh mein Gott, Murder with a Sheriff, wow, was haben wir hier alles für Spiele, Okay, 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 ihr wisst, glaub ich, alle, mit welchem Spiel wir zuerst starten, oder, wir müssen das jetzt erst mal suchen, so, hey, Leute, nach vier Jahren, das erste Mal ein Roblox-Event, ich freu mich so krass, oh mein Gott, okay, Leute, Hä, ah, da, oh mein Gott, hier sind die Items von dem Event, Artikel freigeschaltet, aha, Volt Shrek, Hä, Core-Blocks, ich muss mir Core-Blocks kaufen, Oh, okay, Leute, soll ich mir für 30.000 Robux diesen Core-Blocks-Deathwalker kaufen? Ah, 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 rey, ah, rey, bist du da? Ah, rey, komm auf, hoff mein TS, Okay, was haben wir hier noch? Aber welches Item kann ich euch jetzt eigentlich umsonst geben, und wie? Oha, oha! Ey, da ist es. Ey, er hat das Item. Hä? Lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so einfach ist das. Leute, ich kann euch jetzt allen dieses Item einfach verschenken. Yeah. Items für euch alle. Nehmt das und das und das. Diese Items könnt ihr einfach einsammeln. Und dann könnt ihr die wirklich tragen als Item. Yeah. All right, hier, ein Item für dich. Nimm das. Okay, also Leute, ich mache jetzt meine Joints an. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier auf diesen Server passen. Ich hoffe mal eine Menge. Und wenn ihr jetzt auf dem Server seid, dann verschenke ich euch alle dieses Item, okay? Leute, lasst alle dafür einen dicken Daumen nach oben, da abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt geht es los mit dem Event. So, ich mache meine Joints schnell an. Oh, Leute, hier seht ihr, oh, hier sehen wir nochmal Kreecraft. What do you want to eat? Was spielt der gerade? Was spielt der? Warum spielt der kein DOS? Hä, Leute, wir spielen gleich auf jeden Fall DOS. Naja. So, ich schicke euch einmal den Nee, gar keinen Link. Ich mache meine Joints an. Also, Einstellungen. Und ihr könnt jetzt ihr könnt jetzt in meinen Server reinkommen. Ab jetzt kann mir jeder nachjoinen. Let's go. Let's go. Da seid ihr auch schon. Okay. Wie viel passen hier rein? Ist der Server jetzt schon voll? Wenn ja, dann machen wir auf jeden Fall später noch mehr Server. Damit ich euch allen einmal hier das Item geben kann. Ich will hier wirklich das Item am besten so an alle verlosen. Wirklich. Also, kommt alle. Seid alle dabei. So. Hier. Ihr alle. Hier. Nehmt die Items. Ich habe unendlich. Yeah. Hier. Zack. Und zack. Sammelt die Eifer auf. Und dann habt ihr das Item im Inventar. So. Weiter geht's. Ich droppe das hier paar Mal hin. Überall. Sammelt das einfach auf. Er geht nicht. Doch, Leute. Das geht. Wir schauen uns das Item mal an. Moment. Moment. Ich muss erst mal hier das Item noch ein paar Mal droppen. Und dann wechsle ich sofort den Server. Emily ist hier. Emily hat mir Essen gebracht. Vielen Dank, Emily. Hey, Leute. Ich habe noch nichts gegessen. Aber wir warten erst mal. alle singen diese Melodie voller Fantasie Nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Wie, dein geht nicht? Natürlich geht das. Moment. Wo ist A-A-Pups? Oh, ich muss ganz kurz A-A-Pups holen. Ich bin ein Superstar. Papa, hab sie hier und blitzig da. Ja, wunderbar. Doch auf einmal sehen meine Augen eine Gefahr. Baby, wie du aussiehst. Oh mein Gott, ich komme nicht klar. Okay, wir gehen noch mal ganz kurz hier ins Dings, Inventar. Hier seht ihr es. Die große Suche. 144.000 Leute sind gerade online. Ich glaube, da passen, wie viele Leute passen hier rein? Nein, Server 20 Stück. Leider nur 20 Stück. Das heißt, wir müssen heute super viele Server machen. Und guckt euch das mal an. Jedes Spiel hat hier auf einmal ein The Hunt Icon. Sogar Notruf Hamburg. Bladeball. Katalog Avatar, Dingsabobster. Brookhaven. Bikeobby. Hä, warum nicht Murder Mystery? Boah, Murder Mystery ist abgehoben. Und Dors. Dors auch natürlich. Mit. Oh, Leute, wir gehen gleich sofort in Dors. Aber erst mal das Item anschauen. Oh mein Gott. Soll ich mir das hier kaufen? 30.000 Robux. Und ich kaufe mir das hier. Ja oder nein? 30.000 Robux für diesen Core Blocks Deathwalker. Ja. Chiara scheint nein. Bin da. Okay, warte. Hey. Oh, was geht ab? Pups. Was geht ab, Lami? Warte mal. Wie mache ich dich laut? Das Erste ist. Ah, hier. Okay. Okay. Ah, Array? Ja. Ja oder dein? Ja. Ja? Ja. Okay, Leute. Wir kaufen jetzt Roblox Deathwalker hier. Oh, warte mal. Ehrlich? Ja, nochmal. So. Ich überweist mir jetzt einmal ausnahmsweise hier 30.000 Robux, Leute. So. Zack. Warte mal. Ist das so neue Core Blocks? Was denn? Diese Core Blocks oder was kaufst du? Ja, den Deathwalker jetzt. Ehrlich? Wie krass? Ja. So, okay, Leute. Ich habe jetzt 30k Robux. Warum schreibt die alle auf einmal den Namen von euch rein, hä? Okay, komm. Einer. Einer mit einem Lami-Profilbild. Du, Lami und Emily-Fans, Stewie. Ausnahmsweise, okay. Alex, du bekommst einfach mal 1.000 Stück. Ich kaufe dir alles, was du willst. So. Wieder zurück zu Roblox. Und wir sehen hier jetzt in unserem Inventar, glaube ich. Wo ist das? Was suchst du? Das Item. Wo ist das? Was für ein Item? Moment. Ich glaube, oha. Oberteil. Hä? Man hat ein Handoberteil bekommen. Ja, und dieses Accessoire, dieses Kopf-Accessoire. Uda, hast du das? Ja, ich habe das. Okay, Leute. So sieht das Ganze aus. Wenn ihr das dann einmal bei mir aufhebt. Ah, ich sehe das gar nicht. So. Eigentlich fresh, oder? Man muss sagen, sieht eigentlich cool aus. Oh, warte. Ich will einen Partner-Look machen. Dann mache ich genau das Gleiche an. Okay, perfekt. So, Leute. Es geht weiter. Wir gehen jetzt nochmal hier in die Lobby rein. In eine leere Lobby. Alle nachjoin, Leute. Ich gehe jetzt hier rein. Ich weiß nicht, ich auch. Ja, komm schnell. Oh, ich versuch's. Okay, der Server ist? Ist voll. Okay. Habe ich dir das Item schon gegeben? Ja, oder? Ja, ja, das habe ich. Okay, Leute. Lauf mir hinterher. Ich verteile das Item 20 Mal hier. So, Array, du bist bereit, oder? Ja, natürlich. Für was denn? Wie, für was denn? Für Doors, Junge? Für Doors? Ja, nochmal. Willst du heute diese Gratis-Items alle nehmen, oder? Was willst du heute machen? Hm, ich will auf jeden Fall Doors spielen als allererstes. Ja, aber ich glaube, in Doors gibt es auch eine Challenge oder sowas. Ja, wir müssen hier alles anschauen. Okay, warte mal. Wo ist eigentlich Doors? Oh, hier ist das Bike-Spiel. Okay. Aber, Lami, weißt du, was auch dabei ist? Ja, was denn? Das allerbeste Spiel hat auch nie. Oh, mein Gott, da spielen wir auf gar keinen Fall, Leute. Hier ist sogar Notruf Hamburg. Wie haben die das hier reingeschafft? Ich frage es mich auch. Aber da sind voll viele komische Spiele auch dabei. Ja. Hä, aber wo ist Doors, Mann? Doors, 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 Doors. Ne, Doors können wir auch noch spielen, Leute. Oh, ich habe gerade noch Piggy gesehen und die Naturkatastrophen. Oh, hier, hier, hier. Hä, lol, sind wir Berries' Obie? Ja, okay, muss eigentlich, okay. Ja, ich muss immer beitreten, vielleicht. Wir gehen jetzt einfach in Doors rein. Oha, wie krass. Oha, wie krass sieht das aus, Mann. Jo. Hä, das sah voll krass aus mit der Animation. Okay, bist du bei mir drin, ne, oder? Ne, noch nicht. Aber ich sollte vielleicht gleich einen Kromal. Oh, schwer. Warte, ich will nicht drehen. Schwer, schwer, schwer. Aber geht das nicht mit Privatserver? Oh mein Gott. Wie sieht das hier aus? Jo. Okay, es können eh nur vier Spieler mitspielen. Ja, eigentlich können wir auch ein Privatserver machen. Okay, Moment. So, Doors. Leute, übrigens, Emily lädt heute vielleicht noch ein neues Video hoch. Also, wenn ihr nicht so das Event mögt, dann könnt ihr auch einfach Emilys Video schauen. So. Ich schicke euch jetzt einmal den Link hier. Ja, wer möchte mich auch bekommen? Äh, was ist mit dir los? Hast du einen Roboter gegessen, oder was? Ich? Hä, was denn? Deine Hose ist nass. Äh. So. Let's go. Hallo, ich brauche auch einen Link. Warte mal. Moment, Moment. So, okay. Ich schicke dir einmal den Link. Okay, jetzt frage ich aber noch Emily. Moment. Moment. Ich komme gleich, ich komme gleich zurück. Okay. Ich tanze so lange hier den Sassi tanze und du kannst irgendwas Witziges erzählen. Bis gleich. Ja, wisst ihr, der einzige Witz ist eigentlich Lamy. Da muss ich nicht mehr sagen. Nein, Spaß, Freunde. Also, ja, habt schon geliked. Wenn nicht, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wisst ihr, liken ist kostenlos. Abonnieren auch. Äh, dies, das. Ja, schreibt einfach in den Sassi, wenn Lamy wiederkommt, dass er nur bist. Okay. Ja, hallo, ich bin auch da. Ehe. Okay, was kann ich noch Lustiges sagen? Ähm. Ja, morgen kommt neues Lamy-Lied raus. Das könnt ihr auch abchecken. Ehe. Oh, warte mal. Was ist das hier überhaupt? Dieses Dors-Event? Oh, ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Okay. Eigentlich, wir können einfach Leute grüßen, jetzt einfach so, wenn gerade keiner da ist. So. Okay, Leute. Emily kommt nur in den Stream, wenn ihr jetzt alle ganz, ganz lieb schreibt. Emily, komm bitte, wir vermissen dich. Komm schon, Emily. Schreib jetzt alle ein Herz für Emily rein, bitte. Emily muss kommen, wir können Dors nicht ohne Emily spielen. Los, Leute. Der ganze, der ganze Chat muss pink sein. Mit pinken Herzen alles voll machen für Emily. Emily, ich warte. Emily, Erdbeer. Nee, Sassy, Emily. Oh, Sassy, Emily. Sorry, Emily, bitte komm jetzt. Leute, ich glaube, wir brauchen noch mehr pinke Herzen. Noch mehr, noch mehr, Leute. Wir können das hier nicht ohne Emily spielen. Hab ich gesagt, echt? Das sieht so krass aus hier. Das sieht voll verbuggt aus. Ja, so kann man das auch nennen. Hä? Was ist das denn für ein Bug hier? Irgendwas mit Backdoor steht hier. Ja, das ist der neue Dors-Modus. Oha. Der Backdoor-Floor oder so. Spielt? Spielt er ohne mich? Nee, Emily, niemals spiele ich ohne dich. Emily, los. Leute, ich klau mir jetzt, Emily. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Emily. Emily. Ubolu. Amala. Hallo. Oh, schon, Emily. Wir vermissen dich. Ich beiß jetzt in den Bagel rein und dann bewerte ich von 1 bis 10, ja, den du gemacht hast. Warte mal, hat sie Bagels gemacht? Ja, sie hat Bagels für mich gemacht. Oha. So, ich beiß jetzt rein, Emily. Nur für dich. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. E. Oh mein Gott, ist er lecker. E. Emily, was hast du mir da für einen leckeren Bagel gemacht, hä? Hm, hm. Emily, komm schon, wir vermissen dich. Komm, komm schnell, hier durch rein. Sogar mit A-A-Rate. Ja, wir brauchen noch den zweiten Profi hier. Weißt du, ein Profi reicht nicht. Warte mal, was willst du damit sagen, hä? Nee, nichts, eigentlich nur Partner hier ja schon. Ja, der steht vor mir. Ja, ja, der steht vor mir. Jo, jo. Emily, ich schenk dir den Link, okay? Oh, da ist ja auch schon, wow, wie schön du bist, Emily. Hey, da bin ich in die Kopfhörer. Emily. Emily. E. 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 Emily, komm, das Event startet. E. Okay, wir brauchen noch eine Person. Aber wen nehmen wir? Hä? 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 Na ja, wer halt die schlechte Person ist, kommt rein, oder? Okay. Aber warte mal, ich kann jetzt den Link nicht reinschicken. Ja, das stimmt. Weil sonst kommen wir selber nicht rein, oder? Wir gehen schon mal rein und dann schicke ich ganz schnell den Link rein, okay? Ja, okay. Okay. Komm schon mal hier hin. Ich schicke den Link rein. Einmal. Der Erste, der hier einfach reinkommt, spielt mit uns mit. Und. Okay, okay, komm, schnell, 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 schnell. Und der Mitspieler ist. Der ist. Ja, keiner. Oh, da. Love you, Emily, fans. Sweet. Okay. Let's go. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Oh, mein Gott. Ich mach Musik aus, glaube ich. Oder? Ja, okay, ich auch. Ja, doch. So. So. Okay. Ey, wir haben ein halbes Jahr darauf gewartet, oder so? Ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr locker. Echt? Echt so lang schon? Ja, bestimmt. Oh, schau mal. Wow. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Leute. Wir sind hier in DOS Backdoor. Endlich ein neues DOS Update. Emily. Was ist deine Meinung hierzu? Eh, 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 eh. Zehn von zehn. Brr. Okay, und deine? Eh, hundert von zehn. Schau mal, die haben sogar neue Schubladen. Und neue Schränke. Und noch mehr Schubladen. Toll. Wow, ey, super cool. Okay, ich geh mal hier rein. Aber es passiert gar nichts. Ja, was soll doch passieren? Ich kann hier einfach übernachten im Schrank. Ja, toll. Okay. Dann wollen wir mal. Ich bin überhaupt nicht bereit dafür. Ich auch nicht. Ist das jetzt eigentlich Chapter 2, oder? Ah, warte mal, nee. Das ist so, wir sind doch mit dem Fahrschul runtergefallen. Und jetzt geht es, glaube ich, weiter. Ja, das dachte ich mir auch. Warte, Leute. Hier haben wir die Bett... Hä? Wie? Was ist das? Ja, das ist die falsche Tür. Wie, das ist die falsche Tür? Keine Ahnung, da steht 50. Hä? Achso. Hä? Warte mal. Oh mein Gott. Achso. Hä? Hä? Oh, oh. 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 Was ist das? Keine Ahnung. Hä, warum ist hier mal ein Timer? Äh. Hallo, hey. Hier geht noch eine Tür auf. Oh mein Gott. Ist das mit Zeit? Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich laufe einfach jetzt. Hä? Geht's jetzt... Geht's jetzt so los, so? Hä? Hä? Keine Ahnung, was hier abgeht. Irgendwie der Timer läuft da ab. Hä? Diese Sounds sind so gruselig. Ich hab die voll laut gemacht bei mir. Oh, oh. Warte, ist das ein Speedrun? Oh, oh. Oh, oh. Hä? Bleiben wir stehen? Nee, ich geh den Schrank rein. Ja, doch, 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 doch. Er kommt. Da kommt jemand. Ja. Ich bleib drin. Oh, oh. Bleib drin, bleib drin. Bleib drin. Oh, oh. Oh mein Gott. Wie war das? Du hast das ein bisschen spät gesagt. Oh. 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 Hä? Euer Ernst? Ich glaube, A-Ray ist am Chillen. Sag mal, ist das euer Ernst oder was? Hä? Oh mein Gott. Hä? Oh, was war das? Keine Ahnung. Oh mein Gott, es hat mich attackiert. Es hat mich attackiert. Hilfe. Ich seh gar nichts. Ich seh auch nichts. Okay, gehst du auch richtig? Ich geh mal rechts lang. Oh mein Gott. Es ist auf dem Alarm. Ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube, ich bin falsch. Boah, ich glaube. Was ist das denn? Hä? Yo. Yeah, Sonic. Ich bin Sonic geworden. Wow. Ich seh immer noch gar nichts. Es ist so laut. Warum so bretst du ihn? Was ist das? Es ist so laut. Ich hab die Tür gefunden. Okay. Ja, weiß nicht. Ich hab keine Tür gefunden. Oh. 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 Was ist das? Was ist das? Ja, das war ne Schwelle Wunde bei mir. Leute. Leute. Was war das? Was war das? Also jetzt mal im Ernst. Was war das? Warte, seid ihr alle tot? Natürlich. Ach so. Wie ach so? Wie soll man das denn überleben? Ja, das ist ja der Einzige. Hä? Okay, erneut spielen, ja? Ja, okay. Bei mir lädt das irgendwie so 10 Jahre. Ja, du hast noch ein bisschen Zeit. Oh, ich... Nee, du hast jetzt nicht... Ah, okay. Und die andere? Die macht einfach nicht bereit. Die hat keine Lust mehr auf uns. Oder? Na, Zoll. Ah, doch. Okay, Leute. Das war unsere erste Runde. Dors 2. Ei, ei, ei. Ja, die war zum Einspielen, würde ich sagen. Okay. Also bist du jetzt eingespielt? Natürlich. Jetzt wissen wir alles. Aber haben wir das jetzt ein bisschen verstanden, alle? Nee. Ich auch nicht. Oh, ja. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ja. Okay, wir wissen auf jeden Fall, es gibt einen Timer. Ja, aber was ist das... Was ist das Timer? Ich glaube... Ich glaube, der Timer, als er abgelaufen ist, dann kam erst dieses dicke, fette Monster, oder? Keine Ahnung. Okay. Drücken wir das jetzt überhaupt oder nicht? Ja, müssen wir. Doch nicht. Hä? Hm. Hä, warte mal. Hä? Hä? Leute, was geht hier ab, Mann? Ja, es geht nicht... Oh, doch, es geht was ab. Hier ist eine Tür. Ja, toll. Oh. Ja, okay. Ey, dieses Hounds sind wirklich crazy. Ich habe mir die Hosen gekackert, schreibt Lia. Okay, Lia. Hier ist wieder nichts. Hä? Was ist das? Danke für die Info, Lia. Ne, Glückwunsch. Wir müssen nach unten gehen. Und was ist jetzt mit dem Timer? Wollen wir erst mal kurz abwarten, was mit dem Timer passiert? Ja, können wir machen. Wenn der abläuft. Jein. Oh, oh. Oh, ist abgelaufen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da ist es. Wo ist es? Ich bin tot. Wo ist es? Am Anfang, ne? Oh, mein Gott. Ja, ich bin auch tot. Okay. Das war Blitz, Leute. Das war Blitz. Ein neues Monster. Wenn der Timer abläuft, dann kommt Blitz. Hm. Okay, weiter geht es. Aber wie? Mehr sind... Ja? Mehr sind, den Schalter umzuschalten. Ja. Ich glaube, dann haben wir mehr so Zeit oder so. Keine Ahnung. Ich habe auch absolut keine Ahnung. Also wirklich absolut keine Ahnung. Oh. Okay, ich esse nochmal meinen Bagel rein hier. Glauben Sie, ich weiß, was das ist. Das ist echt kein Salat, was ich gekauft habe. Das ist einfach China-Kohl. Aber da steht, man kann es so auch benutzen. Also deswegen... Aber schmeckt trotzdem. Mhm. Merkst du, dass da welche vegetarisch sind? Nee, sogar vegan Lambs. Mhm. Ja, merkst du das? Ja, war mir klar, ey. Blam sie Bahn ab... Hä, wo ist Airray? Hä? Ja, du fragst mich auch gerade. Hä? Airray, das fällt dir aber spät auf. Ja, das ist mega toll. Ich bin allein in der Robby. Ja. Ja, okay, viel Spaß alleine. Ja, danke. Leute, wir werden sowieso sterben. Ich will nur ganz kurz... ...abchecken, wie man das Monster überlebt. Hm. Okay, jetzt startet der Timer. Ich glaube, das Monster... Das war auch einfach mal ein Döner, um zu chillen. So. Herr Lambsi, wo bist du? Ich check das nicht so ganz. Wie heißt das Spiel? Leute, das ist Doors. Glauben Sie? Es kommt. Habst du das? Naja. Oh. Hä, was war das? Oh mein Gott. Da sind Augen, da sind Augen. Was bist du? Was bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wo bist du eigentlich? Oh, wo bist du? Ich glaube... Ich glaube, es ist weg. Oh. Warte mal, kriegen wir jetzt Zeit dazu? Ja. Lars, ihr habt es gesehen. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Oh oh. Hä? Hä, bist du tot? Was soll das denn? Ja. Jetzt ernsthaft? Aber wie heißt der denn jetzt? Der mit den roten Augen... Rote Augen, Stinkerpoops. Hm, that one? Das ist Lookman. If you like... Oh oh. Hä? Lamsi, was soll ich machen? Ich glaube, ich... Oha. Ich glaube, ich komme jetzt zu dir. Ja, ich gehe mal in die Loppi zurück. Lamsi, ich weiß nicht, wo ich zu... Wie... Guckst du mir gerade zu? Ah. Wow. Aha, hallo. Wie krass ist denn die Animation jetzt, wenn man sich wiederbelebt? Hallo. Hallo, Ebeli. Jetzt habe ich mich fast umgebracht. Hey, ich habe nur noch ein halbes Leben, Lams. Ja, egal. Lass einfach mal gucken. Oh oh. Okay, wir haben wieder Zeit. Aber da kommt was, Lams. Bist du vor dem Schrank? Oh, ja. Lamsi! Ich bin tot. Äbeli, was machst du denn? Ja, ich dachte, du warst nicht drin oder du wollte ich... Wollte ich dir denn voll machen? Okay, Leute, mal schauen. Ich will einfach nur kurz gucken. Wie weit ich jetzt komme? Wie ist du gerade alleine? Ja, ich will mal gucken. Gibt es hier noch andere Monster? Glaubst du? Ausnahmsweise. Also, ich glaube, wenn man das schafft, dann bekommt man ein Abzeichen oder so für ein Item. Ja, dann sollte man ein Trophäe bekommen. Das ist nämlich echt schwer. Ja, wir können ein Adopt-Me-Spiel des Nächstes. Das ist nicht. Ja! War kein Fall. Oh, oh. Oh, hinter dir! Oh, mein Gott. Wer ist da mir? Lams, da war ein Schatten. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, okay. Oh, mein Gott. Oh, oh. Da kommt was. Ja? Oh, ist hier kein Schrank? Ja, toll, ey. Hey, 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 hey. Okay, das war Blitz. Das ist echt schwer, ey. Was machen wir jetzt wegen Abhubs? Also, ich bin in der Lobby wieder, aber ich glaube, da sind andere Leute drin. Ja. Also, ja. Okay. Geh auch nochmal zurück in die Lobby, Emily. Ja, okay, steuern die einfach hinterher so. So, einfach so. Leute, was ist eure Meinung? Zum ersten Anblick von DOS 2? Also, ich finde, das sieht mega krass aus irgendwie. Das ist crazy. Aber immer noch Türen. Ja. Also, ja. Türen halt, Leute. Okay, Emily, da bist du. Ah, ja, stimmt. Wo bist du? So, wir gehen in das rechte, okay? Ja, rechts sind. Nee, nee, nee. Ah! Was? Oder? Was? Nein, jetzt. Oh Gott. Hey, nee, nee, nee. Ah, aber ich bin nicht drin. Nein. Okay, raus, 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 raus. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich nicht drin. Okay, da gegenüber einfach. Okay, okay. Nein. Oh, bin drin. Yes. Oh, Arvin, haben wir denn Süßes hier dabei? Okay, perfekt. Anderes Spiel wie anderes Spiel. Wir haben ein halbes Jahr auf Dorst Update gewartet und du schreibst, anderes Spiel? Kunta, was suchst du dann hier? Okay. Weiter geht es. Hey, hier ist gar nichts mehr. Hä? Kein Schrank, gar nichts. Naja, okay. Wir wissen auf jeden Fall, wenn der Countdown abgelaufen ist, dann kommt dieses Monster. Und dann? Oh, da sind wir tot. Okay. Das heißt, wir müssen immer ein Speedrun machen und Zeit sammeln. Mhm. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das noch richtig schwer wird, ja. Ja. 50 Türen ist doch gar nicht mal so schwer, oder? Oh mein Gott. Was soll man jetzt machen? Ah, was, hä? Bist du tot? Ja, ich bin aus dem Fenster gefallen. Hä? Hä? Wie aus dem Fenster? Ja. Hä? Ich bin nicht. Oh, hier lang. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Aua. Aua. Oh, ich bin wieder zurück. Perfekt. Okay. Da ist ein Teil, was gut oder nicht? Ich glaube, da kommt was. Ja, da kommt was. Oh ja. Oh ja. Mann, da lässt sich so Zeit. Hehe. Okay. Hä? Lamy, bitte andere spielen. Nein, Leute. Es tut mir leid, aber wir müssten das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Hier schloss ein Gebel. Egal, wie lange das dauert. Okay, Leute. Ich warte mal hier. Oh, Havi. Wie weit bist du schon? Hallo. Wie viel noch? Eine Minute. Aha. Oh. 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 Da steht jemand. Ah, okay. Immer, wenn wir die Schalter drücken, dann werden die, glaube ich, sauer. Oder so. Nee, ich verstehe es. Kein bisschen. Hey. Oh, oh. Nein. Hier sind auch noch Strecke. Hey, Ari. Hey, euer Ehre? Das macht gar keinen Sinn. Hey, Mane. Also, ich bin noch lebendig. Ich bin auch aus so ein Fenster gefallen. Hä? Also, ich habe hier noch nie ein Fenster gesehen. Ja, Emily. Ich glaube, du musst geradeaus gehen. Da hast du... Ja, genau. Geradeaus. Ah, aber es ist doch nicht durch ein Fenster fallen, sondern durch eine Tür fallen. Ja, aber die fühlen es nicht. Ja, ja. Dammit, wo bist du? Keine Ahnung, wo bist du? Keine Ahnung. Wo bist du? Hinter dir. Okay. Hallo? Aufpassen. Okay, minus 37. Ja, läuft doch, oder nicht? 36. Oh, guck auf den Boden. Aber da kommt was. Da kommt was. Ja, da kommt was. Oh mein Gott. Keiner. Sehst du noch? Ja. Wow. Lahm so. Weiter geht's. Ich hasse Horrorspiele, aber für die Lahmi-Armi gucke ich weiter. Danke, Leute. Leute, das ist doch kein Horrorspiel. Das ist Roblox. Tür 39 sind wir. Warte, was habt ihr nur in den Händen? Ähm, so ein Shake, ne? Ja, so ein Shake, ne? Ja, so ein Shake, ne? Die Lampe. Ah, hier ist der Schlüssel. Wow. Wir sind, glaube ich, so schneller und können alles sehen. Okay. Ah, ah, oh mein Gott. Ich hab's angeguckt. Okay, weiter geht es. Okay. Welche Tür sind wir? Minus 32. Und ich hab nur noch ein halbes Leben. Oh mein Gott, der war hinter uns. Oh mein Gott, der ist vor uns. Da kommt was. Lahm so, geh nicht weit vor. Nein, 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 nein. Lahm so. Bist du noch da? Liebe noch. Oh mein Gott, wie knapp. Oh mein Gott. Wo bist du, Lahm so? Ah. Ich lebe noch. Du auch? Ja, ja, ja. Aua. Aua, dieser Boom, Boom-Typ mit seinen Trommeln ist da. Ich hab wirklich nur noch ein Viertel Leben. Hä, was für Trommeln? Hörst du die Trommeln nicht, wenn der kommt? Der macht immer so, boom. Oh mein Gott, sag mir nicht, wir müssen nach oben laufen. Boom. Wir müssen nach oben laufen. Ich glaube, ich nehm meinen Trank. Let's go. Guck mal, ob du oben einen Schalter findest. Ja. Ich finde... Ich finde... Hä, gibt's da ein Event? Ja. Eine Tür. Angeblich schon, aber ich weiß nicht ganz. Tür... Ah! Mann! Tür minus sieben und zwei. Au! Und der steht da ja immer noch. Larm, sie sagt doch was. Oh oh. Was denn? Oh oh. Wir müssen weiter. Schnell. Da ist der. Schnell, schnell, schnell. Wir brauchen den Timer. Nein, nein, nein. Timer läuft gleich ab. 20 Sekunden. Nein, da kommt was, Lams. Nein, nein, nein. Es tut mir leid. Lauf weiter. Bist du tot? Nee. Gut. Aber ich hab nur noch so wirklich so 2% Leben oder so. Also gleich war's das mit mir. Nein, das war's. Drei Sekunden. Oh oh. Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. Der Schrank. Der Schrank bringt nichts. Meinst du? Ja, ich weiß. Ich bin tot. Ach man, ey, ich auch. No. Ja, okay, aber jetzt schaffen wir es wirklich. Also jetzt langsam macht's Klick. Ja, ja. Weißt du auch mal deinen Bagel-Larm so? Ja. Okay. Ja. Okay, Leute, es gefällt mir. Mir gefällt das Update. Und euch? Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Ja, Emily, auf meinem Rollstuhl spielen. Okay. Alles entspannt. Emily, was hast eigentlich du heute gegessen so? Also gerade trinke ich, äh, Gunner-G. Und gegessen habe ich heute, was habe ich heute gegessen? Ich muss nachdenken. Äh, so Sandwiches, so Mittag und sonst einfach nur, ja, machen wir noch Sachen. Subway? Nein, ich mag keinen Subway. Was? Oh mein Gott, dann hast du noch nicht den perfekten Subway gefunden. So ist das. Ja, das kann auch sein, aber, ja, die ich bis jetzt hatte, fand ich nicht so gut. Ja, ich war auch mein Subway-Noob, aber Lahm, sie hat mir gezeigt, wie die perfekte Soße ist. Das müsst ihr mir auch mal zeigen. Ja, aber das ist eigentlich ein Geheimrezept. Lahmi, ist das erlaubt, das weiterzugeben? Äh, ich, ich glaube, Lahmi ist dran. Warte mal, hier ist so ein Zeitstab. Ich glaube, aber das war, ah! Oh nein. Oh, der steht da, SOS, Afnalam, zieh sie raus, aber was du da auf? Also, der perfekte Sub ist auf jeden Fall. Ja. Mit Chipotle-Soße und Sweet Onion-Soße. Es kommt was. Oh, oh, es kommt was. Ja. Sweet Onion in Chipotle. Und am besten mit Hutfisch. Nein! Oh mein Gott. Bist du noch da? Yeah! Was hat der für dich gemacht? Wie geht der müsste nun her, dieses Monster? Ja. Was passiert eigentlich, wenn wir den Hebel nicht drücken? Oh, oh. Nicht da rein, nicht da rein. Dann kriegen wir, glaube ich, die Zeit nicht. Oh, oh. Wer ist da? Da kommt was. Oh, ja. Okay. Oh, wir haben noch 90 Sekunden. Hier. Ah, der steht da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach auf den Boden gucken. Er ist aber schon ein bisschen süß. Oh, oh. Oh, da kommt was. Da haben sie alles gut. Oh mein Gott. Da haben sie macht es spannend, glaube ich. Wir brauchen Zeit. 17 Sekunden noch. Oh, oh. Wo ist unsere Zeit geblieben? Nein, wir brauchen Zeit. Hä, wie bekommt man Zeit überhaupt? Ich will den Schalter an. Aber ich finde keinen. Ja, ich auch nicht. Oh, oh. Das war's. Das war's. Das war's. Du siehst, du siehst wie Leute. Da kommt er. Hä, er kommt einfach durch die Wand. Das hört sich schon brutal an. Ja, so viel dazu. Hä? Was? Okay. Also, wir müssen einfach nur die Zeit hinzufügen. Mehr nicht. Aber dafür müssen wir viel, viel schneller laufen. Okay, Emily, du kannst wieder bereit machen. Ja, wenn ich bekommen würde. Ist das Roblox? Ja, Leute, das ist Roblox. Eins der krassesten Roblox-Spiele überhaupt. Du hast. Wow. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, jetzt schaffen wir es. Nee, ich nicht. Also nochmal alle hier. Das hier ist das neue Event von Roblox. The Hunt. Und da gibt es 100 Spiele. Und bei jedem Spiel gibt es so ein kleines... Ja, so eine kleine Challenge, so ein kleines Update. Bei dem einen oder anderen Spiel halt ein größeres Update. Wie zum Beispiel hier bei Doors endlich die Fortsetzung. Oh, yeah. Wir versuchen auf jeden Fall weiterhin das Abzeichen zu bekommen. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht die Zeit nehmen? Und erst dann beim nächsten Schalter die Zeit nehmen? Also haben wir dann irgendwie mehr Zeit oder so? Nö. Weniger. Ich glaube auch nicht. Ja. Hä? B-47. Ja, es kommt einer. Ja. Okay, der ist noch auf Klo oder so. Hehe. Okay. Ich glaube, es wäre gut, oder? Okay, ich beeile mich mal ein bisschen. Ja. Aha. Okay, Zeit. Schlüssel habe ich. Tür habe ich. Wo waren wir gerade? Minus... Minus was? Eine Minute dreißig, glaube ich. Achso, ich meine eigentlich die Tür, aber... Da kommt einer. Ja, es kommt einer. Kommt einer, ja. Oh oh. Ah. Das war sehr knapp. Aber ich lebe noch. Minus... Oh, alle leben. Minus 41. Okay, ich bin schon bei minus 39. Ja, wo bist du? Nee. Hier, hier. 38. Es kommt einer. Da kommt was? Okay, wir brauchen Zeit wieder, Leute. Lami, was machst du alles für Animes? Dragon Ball, One Piece, eigentlich alle. Oh oh. Uns läuft die Zeit ab. Ja, du bist soweit weg irgendwie. 30 Sekunden. Oh, ich habe Zeit. Eine Minute Zeit haben wir bekommen. Okay, let's go. Hier ist noch ein Krank. Da drunten. Ich habe schon ein. Okay. Oh oh. Ich renne hoch. Hier ist nichts. Nee, hier ist auch nichts. Fahnen der Hase. Minus 35. Oh nein, es kommt was. Oh mein Gott. Oh, das war so knapp. Oha. Nee, noch nicht raus. Lami, kannst du gucken, wer die 10k verdient hat? Ja, jetzt ist ein schlechter Moment. Ich habe Zeit gefunden. Ich habe Zeit gefunden. Okay, sehr gut, Emily. Ja, ich weiß. Wo seid ihr aber? Ja, ich weiß auch nicht, wo jemand ist. Da haben sie. Hä? Lauf ich zurück? Ah, hier. Ich habe die Tür. Mach den entspannten Hasen. Hallo. Wo seid ihr? Ja, der Fan ist schon hier. Hallo. Bayern 30. Eine Minute noch. Oh. Auf den Boden schauen. Nein. Ich bin aus dem Fenster gefallen. Oh man, dein Ernst? Ja. Herr Bernstein, abhub. Ja, jetzt. Ich lebe mich gleich wieder. 30 Sekunden. Ein bisschen schnell. Oh, da ist er. Oh oh. Beeilung. Ich trinke einen Trank. Ey, ich habe so einen Hebel. Ja, mach schnell. Oh mein Gott, hast du? Ja, ich glaube. Eine Minute dazu bekommen. Oh, der kommt. Oh, der kommt, das Monster. Let's go to the beach. Let's go the way. Minus 26. Eine Minute noch. Oha. Hä? Kann man sich bücken? Lol. Oh, ich glaube, das ist sowas wie das Bett oder so zu verstecken. Wow. Nein, nein, nein. Das war der Wahre. Hier ging es weiter. Äh, okay. Hier ist der Hebel. Sehr gut. Hey, wir schaffen das. Let's go, Leute. Sehr gut. Leute, spend alle jetzt die Modes rein. Oh, da kommt einer. Ey, so easy. Oh, hier ist ein Schlüssel. Nein, das Fenster. Hab ihn. Nein, nein, ein Mädchen. Oh, mein Gott. Oh. Hä? Minus 19. Oh, es kommt was. Zeit. Das zeigt, leuchtig. Nein. Ich bin rausgegangen, Leute. Nein. Upsi. Egal, holt euch die Zeit. Okay. Wo, wo, wo? Ich hole. Ich hab mich vertan. Wo ist denn Zeit? Das ist gar nicht. Ah, hier. Die ist hinten an der Wand. Okay. Perfekt. Die dürfen wir nicht übersehen. Sonst schaffen wir das nicht. Minus 18. Wir sind, wir haben es fast geschafft. Naja, fast ist noch nicht. Ja, so gut wie. Aua. Oh nein. Oh oh. Minus 16. Okay, ich muss rechts sein. Minus 15. Ohne es flackert. Okay, der kommt. Oh mein Gott. Leute, was geht hier für eine Action ab? Minus 14. Noch 38 Sekunden. Wir brauchen wieder Zeit. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist die falsche Tür. Ja, hier. Oh, hier. Oh, Zeit. Ich hab's. Perfekt. Oh nein, es hat geflackert. Aber es kommt nicht. Warte mal. Kommt gleich eigentlich ein Endboss? Ich weiß es nicht, aber ich bin fast tot. Minus 10. Oh oh. Stell dir vor, wir haben jetzt einfach vom Endboss weggeschnetzelt. Äh, ich bin so gespannt, was gleich passiert. Oh oh. Schnell. Leid, 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 leid. Ja, ich bin eben wenig zu früh. Geh weiter. Ich hab einen Schlüssel. Wir haben noch 46 Sekunden. 40 Sekunden. Wir könnten es sogar schaffen, ohne nochmal an die Böden zu rücken. Da ist nein. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fünft ihr noch, Leute. Lasst allein einen Daumen nach oben da. Wir sind die ersten YouTuber, die das schaffen. Let's go. Oh, es kommt nochmal ein Monster. Ja. Der kommt. Hä? Der ist abgebogen. Der dupt jetzt nicht verfahren. Jetzt kommt er. Weiter geht's. Oder? Ja doch. Minus 3. Ich schon noch auf dem Buch. wieder ducken. Wieder ducken. Minus 2. Oh mein Gott. Ey, minus 1. Leute, klippt das alle. Zeit. Hä? Da ist ein großer Zeitschrank oder so. Oha. Nimm du den Lams. Nimm du den Lams. Ich hab keine. Ich hab Mützen. Let's go. You don't have enough. Oh, ich hab keine Mützen. Na toll. Okay. Was geht jetzt ab? Tür 0. Geh durch, Lamsi. Und? Okay. Gehst du durch? Hä? Hä? Warte mal. Das war's. Hä? Wie? Niemals, oder? Oder? Es gibt Pause. Warte mal. Rück mal unten drauf. Sicher? Ja. War's das? Nein. Nein, nein, nein. Jetzt kommt endlich raus. Das war's doch nicht, Leute. Hä? Oder? Nein, oder? Ich hör Regen. Oh mein Gott. Ich auch. Das war's. Hä? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Warte mal. Wir sind jetzt bei Tür 0, Leute. Warte mal. Aber das heißt, das war's, ne? Wie, das war's? Ja, wir haben es jetzt wieder zu Tür 1 geschafft, sozusagen, oder nicht? Wir haben kein Abzeichen bekommen. Hä? Was war das denn jetzt? Müssen wir das jetzt nochmal richtig schaffen? Also wenn ja, dann ist das unfassbar schwer. Oh mein Gott. Leute, was geht jetzt ab? Hä? Keine Ahnung, was abgeht. Was sagen die, was sagen die Zuschauer? Was sagt der Chat? Nicht sterben, schreibt Araf. Ja, toll. Oder Afaf. Ich hab nur noch ein Leben. Also gar kein Leben. Ja, ich hab noch 20% Leben. Und auch nur noch eins. Oh, stimmt. Ich hab nur noch ein. Es muss aber hiermit weitergehen. Ja, wir schaffen das jetzt. Easy peasy, Lensqueezy. Hä? Es sind überall neue Bilder, ne? Hä? Echt? Ja? Ja, das sind komplett komische Bilder. Ich hab die für Doors gezeichnet. Warte mal, komische Bilder? Ja, ich hab die nicht gezeichnet. Doch, doch. Die hast du gezeichnet. Nee, ich glaub eher du. Doch, doch. Doch, da ist dein Unterschrift drauf. Oh nein. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Na toll, jetzt hab ich 10% Leben. Oh, ich hab so flackert. Oh, doch, es kommt was. Ah! Das war's mit mir, Leute. Ich bin tot. Im Ernst? Was? Oh nein. Nein, Emily. Du bist wirklich tot. Ja. Hä, und sie auch? Ach, nee, nee. Ich hab das leider nicht geschafft, Leute. Ja, wo geht's denn hier lang? Ah, nach oben. Ja, gute Frage. Ey, nee, Emily. Ja. Warum stimmt's auch? Ja, ich weiß. Ey, was sind das für Bilder? Das sind alles neue Bilder, auf jeden Fall. Oh. Wie? Was ist das für ein Bild? Na, wir machen Murder Mystery 2, bitte. Moment, 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 alles mit der Ruhe, okay? Aber hat sich hier ehrlich jetzt nichts geändert, hier in diesem Spiel? Hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Leute, ich glaube, es ist einfach das normale DOS, um ehrlich zu sein. Ich kann mich jetzt auch wieder beleben, also... War das wirklich alles? Vom Roblox DOS Update? Ohne Endbox? Also, ich fand es ja schon ziemlich cool, aber... Das war zu kurz. Ja, wir sind halt zu krass, ja. Hä? Leute, was sagt ihr? War das wirklich das komplette DOS Update? Ihr schafft das? Ja, hoffentlich. Okay, Leute, wir brauchen aber erstmal einen Schlüssel. Ja, wer hat's hier nicht gut aufgeräumt, Leute? Ich hab den Schlüssel. Ja, aus welchem Zimmer kommst du? Ja. Nö, nö. Ah, Ah, Ray. Aber habt ihr eigentlich ein Abzeichen bekommen vorher? Warte, nee, nee, wir müssen noch nicht aufmachen. Upsi. Toll, danke, ich wollte noch einmal den Bagel beißen. Sorry. Weiß trotzdem. Ähm. Nee, ich glaube, hier unten geht's lang. Oh? Nein, nein, nein. Ich bin tot. Und das war mein letztes Leben. Warte, sind wir alle weggeschnitzelt worden? Die alle haben sie beim Bagel essen und wir zwei haben es leider nicht mehr geschafft. Oh, ich hoffe, man kann sich doch wieder beleben, schnell. Ihr könnt das auf jeden Fall. Ich kann leider nicht mehr, Leute. Jetzt bin ich wirklich raus. Okay, ich bin wieder da. Oh, warte mal, das Rätsel wurde anders, glaube ich, ein bisschen. Na, nicht wirklich. Viel Glück, Leute. Viel Glück. Oh, da ist irgendwas. Ja, okay, das ist nur Eis. Leute, das sieht so komisch aus mit der Facecam. Das sieht so aus, als ob ich reden würde, aber ich esse nur. Ja, toll. Es gibt nichts zu verstecken. So, Tür 23. Das heißt, warte mal, ein Viertel haben wir. Hä? Kann das nicht erst ab Tür 50? Nein, ab Tür 50 sind wir Bücherei. Nein, ich weinte, ob das dann erst freigeschaltet wurde. Hä, nee. Oh, okay. Okay, Leute. Was spielen wir aber dann nach? Spielen wir nach? Du hast mal ein Mystery. Aber warte, im Camp gibt es ja auch dieses Update. Ja, ey, Brookhaven hat mir schon den letzten Nerv geraubt. Ja, aber diese andere Suche muss doch einfacher sein, eigentlich. Oder? Muss. Muss. Dieses Extreme-Level war viel zu extrem. Ja, und das ist die Noob. Hä? Ohne Witz. Ich habe die ganze Brookhaven-Map zehnmal abgesucht. Kein einziges neues Ei gefunden. Okay, ihr schaltet alle Murder Mystery 2 in den Chat. Ich bin gespannt, was es da gibt. Gibt es jetzt bei Murder Mystery 2 auch ein neues Update, Leute? Schreibt es mal rein. Ja, oder nein? Warte, Brookhaven-Eckhand dauert ewig, schreibt hier jemand. Als wenn diese leichte Eckhand auch lange dauert. Hä? Warte mal. Hä? Hä, warte mal. Wird er mal ganz schaffen wollen? Hä? Seit wann kommt der? Hä? Da kommt doch jetzt eigentlich erst Sieg, oder nicht? Ja, doch. Hä? Hä? Jetzt kommt Sieg angeranzt. Hä? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Wollen wir zur Lobby gehen, oder? Ja. Okay, Leute, wir haben das auf jeden Fall. Also das erste Level haben wir auf jeden Fall geschafft. Das ist mega komisch. Sag mal, was machen die denn hier? Oh, doch. Ich habe ein Abzeichen. Wir haben es wirklich geschafft. Ja? Ja, ja. Okay, perfekt. Man hat es nicht gesehen, aber die erste Challenge haben wir. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ähm, in die Lobby, Leute. Ihr könnt mir jetzt alle nachjoinen. Ich gehe in einen leeren Server. Es sind gerade 70.000 Leute hier online. Oh mein Gott. Was? 70.000? Krass. Adop.me sind 124.000. Katalog, Avatar 36. Wir müssen das gleich alles abschicken. Oh, da gibt es auch was. In diesem Katalog Avatar Spiel. Moment. Wir müssen erstmal hier in den Hub gehen. Da kann ich nochmal die Items verteilen, Leute. Joint mir alle nach. So, ich gehe in einen leeren Server. Einfach mir nachjoinen, Leute. Ihr bekommt von mir das kostenlose Item. Hier in dieser Lobby. Das hier, was ich auf dem Kopf trage, das kann ich euch geben. So, hier, bitteschön. Du bekommst das. Du auch, du auch. Hier, ihr bekommt es alle. Alle, le, 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 le. Kannst du mich grüßen? Heißt du Alessandra? Ah, nee. Aleandra. Aleandra. Ich grüße dich. Aleandra, kannst du mir einen Daumen nach oben geben? Oh ja, warte. In Barry's Prison Run gibt es auch was? Barry's Prison Run? Ja. Und Brookhaven. Und Blade Ball auch. Blade Ball auch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, was haben wir hier alles? Neule Tower. Tsunami Game. Barry Avenue. Okay, wir haben hier... Oh, das Boot ist aber auch cool. Ja, Blade Ball ist schon cool. Aber hier gibt es keinen Murder Mystery, oder was? Ja, ich sehe auch keinen Murder Mystery. Junge, Labi, schau mal links bei der Hand. Drück mal da drauf. Links, ja? Ja, das sind diese XP-Dinger, da wo man Items bekommt. Also bei 5 Abzeichen bekommst du das nächste Item. Ah, okay. Und es gibt einen Gold Pass. Ich kaufe jetzt diesen Pass, aber ich kaufe den Core Blocks Deathwalker. Und... Leute, seid ihr bereit? 29.000 Bubuks. Ja oder nein? Ich beiß davon noch einmal in meinen Bagel, okay? Okay, es gibt noch was im Bett, was schreiben Leute bei mir. Ich habe alle... Ich habe nicht entschieden. Ich gehört zu dir. Du bist der Perfect Face. Ja, ich bleib bei dir. Jeder, der uns wennen will. Wir beiden zu... Okay. Du bist meine Sonne. Ja, ja, du bist meine Sonne. Ich kenne alle... Ja, nein, ja, nein. Leute, wir kaufen das. Let's go! So, jetzt haben wir das da oben gekauft. Ich glaube, man hat auch Headless dadurch. Wow, Leute, das sieht schon krass aus. Ich weiß nicht, ob man Headless davon bekommt. Ja, ja, doch. Man hat Headless aber mit blauen Augen. Hä, wie cool. Sollen wir den Skin nehmen, Leute? Warte, ich droppe noch ein paar Mal das Item hier. So, zack. So. Okay, ich würde sagen, wir spielen als nächstes... Wow, sogar The Mimic? Nein, nicht The Mimic. Nee, The Mimic können wir jetzt wirklich nicht spielen. Oh mein Gott, wir können Piggy spielen. Ja, Piggy, oh mein Gott. Bladeball spielen wir auf jeden Fall auch. Snowboard-Obby klingt auch cool. Katalog, Anatta Creator. Ja, der Boden ist Lava, Spraypaint. Berries-Obby müssen wir auch spielen. Oh, wir haben viel vor heute. Oh mein Gott, okay, Leute. Hier gibt es kein Murder Mystery. Habe ich jetzt eigentlich die ganzen Items freigeschaltet? Oh, keine Ahnung. Nein, 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 das ist so ein Pass sozusagen. Das heißt, wenn du fünf Matches hast, bekommst du das goldene Item oben noch dazu. Verstehst du? Aha, okay, verstehe. So halbwegs. Ja. Notruf Hamburg können wir ausspielen. Ist es echt dabei? Ja, oh. Aha, hier ist sogar so ein Häkchen jetzt bei DOS. LOL. Alter, stellt euch vor, ihr habt bei jedem Portal ein Häkchen. Okay, verstehe. Ihr schreibt alle Murder Mystery, zwei Leute. Da gibt es kein Update. Ja, das ist wirklich nicht hier. Bike of Hell. Bike of Hell. Okay. Ich würde sagen, als allererstes spielen wir kurz Blade Ball, ja? Okay. Okay, joint mir nach. Schnell, schnell, schnell. Ich bin jetzt auf einem Server. Ja, mit Ansari, wir schaffen das nicht. Ja. Oh. Ich habe das jetzt weggedrückt. Okay, Leute, ich muss nochmal neu in Blade Ball rein. Ich gehe auf einen leeren Server, ja? Ja, ich versuche einzukommen. Wo ist eigentlich Emily? Emily? Ey, Blade Ball könnt ihr auf jeden Fall alleine spielen. Oh, oh mein Gott. Okay, oh, oh, Emily. Okay, okay. Oh Gott, oh Gott. Sorry, ich bin schon alt. Ja, und join ich einmal in einen leeren Blade Ball Server. Ah, Array, schnell, schnell, schnell. Ja, ich versuch's. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Junge, ich bin 32 in der Warteschlange. Wie kann das denn sein? Hey, Mann. Gibt es einen Blade Ball Yippie Server? Ich liebe Döner so sehr. Aber willst du mich alles? Ich weiß nicht für immer mehr. Denn das beste Essen ist halt Döner. Okay. Hallo. Hallo. Hallo, bist du am Kauen lahm so? Willst du einen Keks lahm so? Hä, warum so? Ich habe extra gebacken. Du willst keinen Keks? Boah. Dieser Bagel. Ich war echt trocken. Hä, willst du noch was? Soße, sag doch mal. Nein, nein, keine Soße. Ja, ist klar. Du sagst hier trocken und so. Ja, ich brauchst du nur trinken. Okay. Leute, wir gehen jetzt nochmal auf einen neuen Server. Aber was kann ich neu im Update? Was? Was ist neu im Update? Wir müssen nur ein paar Mal den Ball blocken und so. Ein paar Leute eliminieren und dann, das war es schon. Hey, easy. Okay, kannst du einen Server gratis erstellen? Ich kann das nicht. Ja, ich schicke dir den Link. Jetzt ist es nicht mehr trocken. Guck mal, das sind die Vegetarischen. Du bist jetzt Veganer. Veganer. Veganer? Oh mein Gott. Ich bin Veganer, Leute. Okay, du kannst rein. Mal haben Sie, wie lange willst du eigentlich noch live sein wegen meinem Video? Du kannst es gleich hochladen, wenn du willst. Ja, wenn du live willst? Ja. Wer guckt sich das denn an? Die sind doch alle hier. Nein, ich habe 1000 Zuschauer. Ja, und nur 1000 Leute gucken mein Video. Nee. Alle gucken dein Video. Wir machen ein Reaction-Video im Livestream. Hä? Hä? Wir beide gegeneinander? Ja, easy. Willst du erst mal eine Runde verlieren, oder was? Ja, ja. Leute, jetzt werden Sie sehen, wie schlecht A-Array ist. Nein. Schleeech. Ja. Das ist einfach Glück. Ich habe soniert. Du hast keine Chance mehr gegen mich. Mhm. Aber die Lobby ist, glaube ich, neu hier. Oder? Die Lobby, ja. Ein bisschen ist hier neu. Warte mal, die Hand. Aha. Guck mal. Ich habe schon gleich gewonnen hier. Ja. Ja, okay. Ich nicht. Okay. Ah, ah. Ey. So, komm doch her. Denkst du wirklich, du kannst gegen mich gewinnen? Na klar. Ja. Einmal wenig. Oh mein Gott. Dein Ernst. Ja, du rennst einfach weg. Hä? Ja, ja, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Leute, wir brauchen noch zweimal, also zwei Spiele und nochmal dreimal den Ball blocken und dann haben wir schon die Mission hier erfüllt. Ja, aber ich muss dich auch dreimal kühlen. Tia, all right. Tia, da kannst du helfen, oder? Oder schick den Link. Warte mal. Warte, warte, warte. Ich schicke den Link nochmal rein hier, Leute. Moment. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Ja, ich frag mich auch. Wie kannst du so schlecht sein? Ja, ich frag mich auch gerade. So, Leute. Der Link ist im Chat. Nami hat Candy recht. Womit denn? Hä? Candy ist ein Lügenbaron. Der hat nie recht. Oh, schneller Ball steht da. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Ja, der war mir ein bisschen zu schnell. Juge. Okay, Leute. Wir müssen original nur noch einmal den Ball blocken und dann haben wir die Challenge hier schon geschafft. Ehrlich? Ja, okay. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ja, okay. Wow. Yo, was ist das denn? Wow. Lami, check mal meinen Kanal ab. Bitte, hab neue Videos. Ey, Medina. Was war's mit dir? Leute, ich check noch eure Videos ab. Keine Sorge. Okay, ich hab damit jetzt auch schon die Challenge hier geschafft. Ich hab jetzt einmal den Ball blockiert. Ich bin fertig mit Ball, Blade. Äh, Blade Ball. Ja, ich muss doch jemanden besiegen. Drei Mal. Eigentlich hätten ja von mir ein bisschen überbleiben müssen. Also, zu zweit. Ach, das schaffst du schon. Ja, glaubst du? Nee, ich glaub, ich glaub eher nicht. Oha. Alles nur für die Community. Oh, die Family. Oh, meine Emily. Hast du an den Club? Oh mein Gott. Wow. Wie kann das denn sein? Also, jetzt mal im Ernst. Drückst du überhaupt die Taste? Ja, ich weiß nicht, was ich falsch mach. Ja, okay. Also, ich muss noch einmal den Ball blockieren und dann noch dreimal gewinnen. Noch dreimal gewinnen? Ja, steht da. Oh, Mann. Ach, drei Leute eliminieren. Oh, okay. Vergiss es. Ja, das sollte ich schaffen. Kannst du mich bitte ändern? Hey, Leute, ich habe über 500.000 Freundschaftsanfragen. Ich kann leider keine Anfragen annehmen. Okay, Leute, Konzentration. Oh, ich glaube, viele Leute leben noch. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Let's go. Das ist meine Runde. Okay, Rabka. Ich bin hier der King. Nein. Oh mein Gott, schlecht. Ja, du King, genau. Aber ich darf eigentlich gar nichts sagen. Also, da muss er jetzt hier auch gewinnen, oder? Ja, er hat gewonnen. Okay, Leute, wir haben alles abgeschlossen. Wir haben unser Abzeichen bekommen. Wir warten noch, bis R-Raiset Abzeichen bekommt. Und dann wechseln wir das Spiel. Und zwar spielen wir danach Piggy, oder? Oh, ja, Piggy. Weißt du, ich bin der größte Pro, den es gibt in Piggy. Ohne Spaß. Ja, ja, ist klar. Weißt du, ich habe fast jeden Skin im Spiel. Wow. Ja. Du bist auch ein kleiner Piggy. Ja, okay. Und du bist ein kleiner Pupskopf. Aha. Ja, also ich verliebe Piggy anstelle einem Pupskopf. Okay, richtig. Ja, okay. Dann passt das, ja. Habe ich was verpasst? Ja, Marie, du hast super viel verpasst. Jetzt wirklich. Ja, wir haben auch Doors geschafft. Das neue Chapter. Das neue Update haben wir durchgespielt in Doors. Emily hat ein neues Video. Hast du hochgeladen? Ja, ich mache mal gerade eine Werbung für. Okay, Leute. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch jetzt Emilys Video abchecken. Wir werden hier weiter der Hand spielen. Das Roblox Event. Ein paar Abzeichen gewinnen. Und ich werde gleich auf jeden Fall noch den Death Worker ausrüsten. Hey, Medina. Wo? Ich schaue mal dem Noob zu. Ja. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Welchen Noob? Keine Ahnung. Fühlst du dich angesprochen oder was? Ich weiß nicht, ob du nicht schon wieder Troll bist. Hä? Warte mal, bist du weggeschnetzelt worden? Nein, ich habe mich weggeschnetzeln lassen. Ah, natürlich. Noob. Mach Joints an, die sind an bei mir. Nenn mir ein Land. Brasil. Lami. Also, ich habe immer noch keinen eliminiert. Ja, du bist ja auch schlecht. Warte mal, bitte. Und ich habe einen taktischen Weggeschnetzler gemacht. Aha, du bist gestorben? Nein, nein, nein. Ich habe mich weggeschnetzeln lassen. Ganz genau. So wie du. Ey, aber wie kann ich eigentlich keinen treffen? Okay, Leute. Habt ihr jetzt eigentlich schon das Item bekommen? Das kostenlose Item? Wer hat es noch nicht? Ja. Emily. Du kriegst es auch nicht. Ich, 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 ich. Okay, Leute. Wir machen gleich nochmal eine neue... Oder warte mal. Ah, Array, wie lange brauchst du noch? Ich brauche drei. Drei Kills noch. Drei Kills. Okay, solange gehe ich hier ein paar Items verteilen. Okay. So, Leute. Joint mir jetzt einfach nur nach. Meine Joints sind an. Wir müssen hier nur nachjoinen. Jeder, der das Item schon hat, bitte nicht reinjoinen. Oder warte mal. Wenn sich einfach alle von mir killen lassen, dann geht das schon mal weiter für uns. Ja, Leute. Lasst euch von Array killen einfach. Ja, Bici. Hä? Wer ist denn hier drin? Inception Time? Warum hat der einen Hacken? Wie ist der nicht bekannt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Inception Time? Wer ist das? Ich meine, du kannst googeln. Ich gerade nicht. Hier, der... Hey, der wirft auch gerade hier ein bisschen rum. Äh, ich auch. Irgendwo habe ich da schon mal gehört, den Namen. Okay, Leute. Hier in der Lobby habt ihr genug Items. Ich wechsle direkt den Server. Sammle die Items auf. Da war noch ein anderer Creator. Oh, Irren, Mann. Wie einer hat sich gekillt? Äh, killen lassen von mir. So, join mir wieder nach. So, 20 Mal verteilt. Ich... Oh, 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 oh. Hallo? So. Oh, du Roboter. Mann, Orange. Ey, die lassen sich alle nicht killen. Du bist meine Traum, meine Traumfrau. Du bist meine Sui, Baby, Vertrau. Leute, endlich kann ich mal sowas machen als Star Crater. Ich kann einfach postenlose Items verteilen. Hier, Luise, sammelt die alle auf hier unten. So, ich wechsle wieder den Server. Leute, wir machen jetzt Speedrun. So viele Items wie möglich verteilen. Oh, die können mir wieder nachjoinen. Leute, keine Links. Es gibt keine Links. Ihr müsst mir einfach nur nachjoinen. Auf meinem Roblox-Profil. Geht auf mein Roblox-Profil. Ich heiße Lami-Roblox. Und dann könnt ihr einfach, ja, mir hinterher beitreten. Kein Link, Leute. Es gibt keinen Link. Einfach nur nachjoinen. Ich kann euch den Link von meinem Roblox-Profil schicken. Moment mal. So, hier. Ihr wollt alle einen Link. Hier ist der Link zu meinem Roblox-Profil. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle das Item aufgesammelt. Ich wechsle den Server wieder. Okay, beim nächsten Server werde ich auch auf jeden Fall den Death Worker ausrüsten. Hey, wie schnell die Server immer voll sind. Ihr seid einfach schon vor mir drauf. Nami, du bist der Allerbeste. Nein, blauer Panner. Du bist der Allerbeste. Baby, du willst es auch. Ich weiß, ich weiß. Du bist so cool, Sui. Ey, Kati, Cookie. Du bist viel cooler. Ohne Witz. So, hier sind genug Items auf dem Boden. Und wir wechseln einmal den Server. Ja, der hat sich eliminieren lassen. Dankeschön. Perfekt. Ein Kill brauche ich noch und ich... Ein Kill noch. Einen einzigen. Okay. Leute, wir rüsten den Death Worker aus. Juuu. Alter, der sieht schon ziemlich cool aus. Aber die Frage ist, welchen findest du cool? Den alten oder den neuen? Ja, wegen Core Blocks den alten. Aber der neue sieht auch cool aus. Ich glaube, wenn du den Kopf ausrüstest, dann hast du Headless mit Partikeln. Ich glaube, wir mischen das jetzt einfach mal alles so ein bisschen. Und du kannst auch deinen Körper wegmachen mit diesem neuen Item. Hä? Was ist das denn? Also, deinen Oberkörper. Ein Affe. Hier ist einfach ein Affe. Ja, du und noch einer oder was? Hä? Warum bist du so frech, oder? Schau mal, Leute. So sieht Array in echt aus. Ich will es gar nicht sehen. So, Leute. Seht ihr das? Ja, ja. Jetzt bist du auf einmal so gemein, nur weil ich recht habe mit dem Affen, oder was? Ja, ja. Leute, das ist Face Reveal von Array hier. Ja, ja, ja. Wow. Okay, Moment. Wir nehmen einfach mal meinen Skin. Dann nehmen wir... Gesicht. Hopf. Pompizze. Hä? Wo ist denn die Saddlers? Was soll ich das wissen? Ich glaube, bei 3D-Köpfen, wo du so warst. Das ist ja das normale Headless. Ja, es gibt auch so ein anderes irgendwie. Komm, bitte. Lass dich gehen. Oh mein Gott, das sieht crazy aus. Oder? Oha. Das sieht cool aus. Und jetzt mixen wir das Ganze... ...mit Core Blocks. Wo bist du? Ah, hier. Oha. Du bist so ein Skelett-Bein. Das sieht ja voll komisch aus. Benz. Doch, ich habe kein Talent. Oha, Leute. Was sagt ihr? Zui, oder? Lumbugini. So, Leute. Nächster Server. Wir gehen einfach rein. User left to a channel. What? Ey, die können alle nicht. Ich glaube, wir veröffentlichen. So einfach. Ich glaube, du bist so schlecht. Ja, das will auch sein. Okay, wir haben da hinten ein Häkchen. Und das auch ein Häkchen. So, hier, Leute. Sammelt das auf. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hä? Hä? Hä, was ist jetzt passiert? Irgendwas ist passiert, aber egal. Ey, da gibt es eine Bestenliste. Moment mal. Wer ist gerade Erster? Ich habe hier Beine. Abzeichen. Da hat jemand schon 24 Abzeichen. Oh mein Gott. Platz 100 hat 15 Abzeichen. Ey, was meinst du? Was bekommt der allererste Platz, der alle? Der alle, äh, Abzeichen bekommt? Das ist eine gute Frage. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wie? Vielleicht eine Million Robux? Nein, ich weiß es nicht. Ey, das wäre eigentlich fair. Eine Million Robux. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Ah, Array, wie lange brauchst du noch? Ja, ich würde es auch gerne wissen. Also, ich glaube... Bitte lass dich wegschnitzeln. Ich will nur einen einzigen Kill. Und das dauert so lange. Ich gehe schon mal in Bad Wars rein. Okay. Ich glaube, da müssen wir eh nicht auf demselben Server sein. Nee, ja, genau. Das ist nur mit Code oder so. Okay. Ja. Ich habe Dani eliminiert. Ich habe es. Bitte, warte. Anspruch. Ich habe es geschafft. Endlich. Ja, endlich. Warte mal. Ich habe jetzt einfach auf Suche eine Runde gedrückt. Ja, okay. Dann spielst du ohne mich oder was? Nee, warte mal. Ich glaube, wir können Party machen, wenn wir auf demselben Server sind. Ah, okay, okay, okay. Warte, dann müssen wir nochmal auf einen Server zusammen. Okay, VIP-Server oder? Schick mir einfach einen Link, okay? Okay, warte. Endlich habe ich dieses Abzeichen, Blade Ball. Leute, wir werden heute so ungefähr auf jeden Fall fünf Abzeichen holen, okay? Dann bekommen wir zwei Items. Fünf Abzeichen sammeln wir. Und ja, dann verteile ich auf jeden Fall ein paar Bubuks. So. Dann kannst du mich einmal... Oder warte, ich schlafe dich ein. Ah, okay. Ich bin drin. Und, okay. Boah, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Wir müssen jetzt Eier suchen. Ja, okay. Ich glaube, das sollte einfach werden. Eh, okay. Hey, einfach Bad Wars. Ja, das war früher so cool. Ich habe das so oft gespielt. Ich habe das nur in Minecraft gespielt, aber nicht in Roblox. Ja, Mensch, da war ich immer schlecht. Warst du schlecht? Ja, bin ich immer noch. Okay, okay. Ich gebe es nur. Ja, genauso wie in Roblox. Nein, nein, nein. Ich sage dir ehrlich, da war ich gar nicht mehr so schlecht. Ja, du hast gerade zehn Minuten gebraucht, um ein Blade Balls abzeichnen zu bekommen. Ja, was hat ein Blade Ball mit Roblox zu tun? Alles. Ja, ja, ja. Blade Balls ist Roblox. Ich meine mit Bad Wars. Eckhand, okay. Ah, hier sind Eier. Oh, ich habe welche. Oh, ich habe ein Eck. Okay. Ich auch. Ich habe irgendwie voll viele. Oh mein Gott, ich habe nochmal viele jetzt. Fünf. Ich gehe mal zu unserer Base. Ich gehe mal zu der Gegner-Base. Oh, ein Blitz. Yeah. Kommt an her. Oh, das ist hier. Oh. Na toll. Hä? Jetzt habe ich alle meine Eier verloren. Ja, ist doch klar. Die sind Eier. Die müssen wir uns zur Base zurückbringen, glaube ich. Hä? Sag das doch. Ja, ja. Und jetzt bin ich der Noob, oder was? Ja. Ich glaube, das ist so. Ah, es gibt zwei Teams. Und das Team, das mehr Eier hat, am Ende das gewinnt. Okay, verstehe. Hä? Ein goldenes Eis gespawnt oder so. Aber wo? Okay. Ey, pass auf. Ja, ich passe auf. Also, ich glaube, man kann hier nichts zerstören. Von den anderen zumindest. Man muss einfach nur Eier sammeln. Okay, okay, okay. Ich muss sagen, das macht viel mehr Spaß als Bladeball. Aber das ist ein eigener Modus, so richtig. Ja, oh mein Gott. Das war so knapp. Leute, ich bin gleich tot. Ja, ja, du bist... Nein! Oh mein Gott, wie schlecht bin ich? Hä? Ich habe alle meine Eier verloren wieder. Na toll. Wir werden eh gewinnen. Wir sind so krass gerade. Wir haben 20 Prozent mehr. Ja, alle sind so krass. Sui, sui, sui. Rökel in den Becken. Ey, der ist fast tot. Okay, perfekt. Was? Der hatte ein Leben oder so. Oh, ich habe drei Eier. Oh, warte mal. Das ging gerade ab. Ja, alle sind so krass. Hä? Warte mal, Dani hat ja auch noch Mitgliedschaften verschenkt. Das habe ich alles gar nicht mitbekommen. Oha. Moment mal, Moment mal. Okay. Ich muss hier nochmal alles kurz vorlesen. Also, erstmal ein Horni, Lisa, Sani Gaming, Jasmin, Luca und Arta. Vielen Dank erstmal für eure verlängerten Mitgliedschaften. Dann, Lami, got my heart, hat schon wieder fünf Mitgliedschaften gespendet. Und jetzt schon wieder zehn Stück. Hä? Was ist los mit dir? Hör auf damit. Dann haben wir Dani. Er hat auch nochmal drei Mitgliedschaften rausgehauen. Und Sassiella ist auch Mitglied seit einem Monat. So, aber Lami, got my heart. Er hat jetzt 25 Mitgliedschaften rausgehauen. Hör auf damit. Bitte. Wirklich, vielen Dank. Ich hätte deine Liebe wirklich sehr. Aber, bitte gib wirklich nicht zu viel Geld aus, ja? Das war schon mehr als genug. Und es reicht, wenn ihr einfach nur zuschaut, ja? Oh. Okay, trotzdem nochmal. Oh, warte, ich habe ein goldes Ei. Oh, sehr gut. Oh, du hast es gefunden. Ich habe ein Abzeichen. Hä? Wie? Oh, ich habe eine Hand bekommen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wie, du hast es geschafft? Ich glaube, du musst ein goldes Ei filmen. Dann hast du die Challenge schon geschafft. Ähm. Oha, ich will auch. Oder. Oh. Ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, ich habe es. Also, ich glaube, man musste nur 15 Eier einsammeln. Und dann bekommt man das Abzeichen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, Leute, wir gehen mal zu Base zurück. Ich muss einmal wenigstens die Eier hier zurück tun. Was? Wie viele hast du jetzt gerade? Wie viele Eier abgegeben? Äh, ich glaube, 5 oder 4 oder so. Ja, okay. Ich weiß nicht ganz, ob du das Abzeichen bekommst. Na, toll. Ey, was geht jetzt ab? Er hat jetzt einfach 50 Mitgliedschaften gespendet. Junge. Ey, Lamy got my heart. Junge. Er übertreibt einfach. Warum machst du das jetzt? Junge. Ich küss dein Herz. Vielen, vielen Dank. Warte mal. Er hatte vorhin sogar nochmal 20. Hä? Hä? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Wie viel hast du schon gespendet? Oh. Oh. Ey, nee. Er hatte wieder ein HP oder so. So, okay. Also, ich glaube, oder wenn man es schafft, glaube ich, kann man dann auch das Abzeichen. Wenn das Team gewinnt. Ey, Lamy got my heart. Wirklich, vielen, vielen Dank. Und an jeden, der jetzt hier eine Mitgliedschaft geschenkt bekommt im Chat. Bedankt euch bitte, ja. Schreibt Herzen rein. Danke und eben. Ja. Danke, Mann. Also, wir sind, warte mal, zur Hälfte voraus im Gegensatz zu den anderen. Ja. Wenn wir nicht gewinnen. Wir gewinnen auf jeden Fall, aber ich habe noch kein Abzeichen bekommen. Also, vielleicht bekommen wir das auch erst, wenn wir gewinnen. Also, wenn unser Team gewonnen hat. Vielleicht bekommen wir dann ein Abzeichen. Ich hoffe doch mal. Ja, ich auch. Oh, ein goldenes Eck ist wieder da. Oh, McDonalds hat das Ei gefunden. Ey, Lamy got my heart. Kannst du mal bitte aufhören zu schmenden? Er hat schon wieder 20 Mitgliedschaften rausgehauen. Oh, warte mal. Haben wir gewonnen? Ja, hast du ein Abzeichen? Nö. Na, toll. Ich glaube, wir müssen wirklich ein goldenes Ei finden. Eeeh. Hä, du hast ein Abzeichen. Habe ich? Ja, ich habe gerade geschaut bei deinem Profil. Oh, okay, Leute. Dann haben wir das durchgespielt. Na klar, Leute. So macht man das. Ganz einfach. Okay, wir kontrollieren das einfach mal ganz kurz hier in der Lobby. Also Leute, das war es mit Bad Wars. Lamy, hab dich lieb. Evelyn, ich hab dich auch lieb. Christina, Mitglied seit zwei Monaten. Vielen, vielen Dank. Und Lamy got my heart. Wirklich, du spendest jetzt gar nichts mehr. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Aber bitte nichts mehr spenden. Hä, sogar in dem Snapchat-Spiel gibt es eine Hand. Moment mal. Moment mal. Ist das ein Roleplay-Spiel? Ja, das Snapchat-Spiel. Leute, ich sehe so aus, weil... Ja, warum? Das seht ihr Sonntag im Video. Äh, ein Ei. Hä? Aber was muss man hier machen? Niemals war das so easy. Ich weiß es nicht. Hä? Hier sind überall Eier. Aber was muss man... Was muss man machen? Man muss alle versteckten Eier finden, steht da. Wie, alle versteckten Eier? Man kann die gar nicht aufsammeln. Ja, keine Ahnung. Also, das ist ein bisschen verbuggt, glaube ich. Naja, Leute. Merkt euch hier diesen Skin. Ja, man kann sich aufsammeln. Da hast du recht. Na toll. Na, was ist das hier mit Snapchat? Obwohl, Leute, lasst uns doch einen Snap machen. So, was passiert hier? Eeeh. Was mache ich? Egal, any story. Hey, Labi, got my heart. Das hat schon wieder 10 Milchkampf gespendet. Was? Ich weiß, wie man es macht. Du musst einen Snap von dem Ei machen. Oh mein Gott, niemals. Doch. Hä? Und du musst 10 Eier finden. Hä? Wie cool. Okay. Oh, oh mein Gott. Ja. Hä? Wie krass. Aber ich glaube, wir sind einfach versteckt hier. Ja, super einfach. So, ein Nummer zwei. Was ist denn der Schnellere? Was ist denn der Schnellere? Labi, got my heart. Bitte, 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 bitte. Aufhören jetzt. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Oh, hier oben noch. Oh, ich habe schon vier. Ja, entspann dich mal. Und du? Ich habe auch vier. Oh, ich habe fünf. Ich weiß halt nicht. Sind die nur da misspawn, oder? Die meisten sind beim Riesenrad. Wo ist das? Was? Ja, einfach da hinten beim Riesenrad. Ah, ja, ja. Ah, okay, ja. Das glaube ich dir sofort. Ja, die sind da wirklich alle. Ja, ich vertreibe mich auch. Warte. Oh, ich glaube, noch eins ist. Da ganz hinten auf dem Berg drauf. Ah. Da ganz weit hinten. Da ganz hinten. Genau. Das ist das Schwerste, weißt du? So, warte mal. Ich habe sieben von zehn. Ich habe schon lange acht von zehn. Wie machst du das so schnell? Ah, ein Brunnen ist auch eins. Okay, mir fehlt nur noch eins. Aber sind die alle am spawnen? Hey, nee, beim Riesenrad. Mann, jetzt war ich ernsthaft. Ja, wirklich. Alle beim Riesenrad. Okay, ich habe neun von zehn. Und das Letzte ist beim Riesenrad. Okay, ich habe das Abzeichen. Let's go. Nächstes Spiel, Leute. Ich habe es auch. Perfekt. Einen fehlt noch. Ein Abzeichen. King Ravka. Mit dir seit fünf Monaten. Vielen Dank. Mario ist ein Buchhaven online. Ich glaube, der streamt auch. Ja? Ja. Aber ich glaube, der macht diese Eckhands. Also diese Extreme. Oh Mann, ey. Der hat einfach 30 Eier gefunden, würdest du mir sagen? Ja, sag doch, du nur. Lamy, ich habe deinen TS nicht. Oh mein Gott, warte. Und ich glaube, ich habe keine Kopfhörer, meine Kopfhörer kaputt. Dann müsste ich meine Airpods verbinden, gucken, ob das funktioniert. Mario hat keinen Kopfhörer? Ja, 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 ja. Ich glaube, ja, hat er nicht. Hatte ich die schon geschrieben. Oh Mann, ey. Hat er. Egal, Mario. Nächstes Mal. Okay, warte. Was stimmen wir als letztes? Ähm. Piggy auf jeden Fall. Piggy. Oh ja. Schickst du mir den Link? Natürlich. Oh, ich bin gespannt, wie das in Piggy sein wird. Ey, Brookhaven müssen wir auch noch. Stimmt, Brookhaven müssen wir auch noch. Und Katalog Avatar. Und auch Hamburg. Dann machen wir 10. Ist doch egal. Ja, Leute. Wir haben doch Zeit, oder? Ja, dann haben wir mehr. Ich habe gar nicht mal so viel Zeit. Ich muss doch das ganze Musikvideo gleich aufnehmen und schneiden und vorbereiten und bla 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 und Partnay machen. Und morgen muss es um 12 Uhr kommen, ey. Ja, das ist noch so viel Zeit. Das ist noch 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr. Ja, ja. Okay. Link hast du mir geschickt? Ja. Okay. Ab ins Schweinchen-Spiel, Leute. Oh mein Gott. Allein diese Musik schon im Piggy. Oh. Wer ran steht da links? Ja. Ich drücke mal drauf. Wow. Oha. Warte mal. Hä? Was geht jetzt ab? Wie cool ist das denn? Wow. Hä? Seit wann ist Piggy so krass? Hä? Was geht denn jetzt hier ab? So richtige Cutscenen. Aber so richtig hektisch. Okay, wir sehen aus wie ein abenteuerlicher Typ, ja. Ja, ein Fuchs. Wie wär's, wenn wir ihm beitreten auf seiner Quest? Ja. Let's go. Wie heißt der? Foxy, oder was? Ich weiß es nicht. Yeah. I'm Lucy, Mitglied seit vier Monaten, vielen Dank. Danke, 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 danke. Hä? Alter, was geht hier ab? Keine Ahnung, wir fliegen einfach. Oh oh. Äh. Ist, hä? Hä? Oh, wir sind zweit auf dem Server. Oha. Merce, Mitglied seit einem Monat, vielen, vielen Dank. Okay, bist du bereit? Ja, ich hab auf Spielen gedrückt. Okay, ich auch. Oh, ich bin richtig gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oha. Die Zeitmaschine ist kaputt. Hey, warum sind wir nur zu zweit hier drin? Ja, gute Frage. Oh nein. Egal, wir schaffen das. Das sieht mal so schwer aus. Geh mal in die Zeitmaschine rein. Das ist so eine Kapsel oder sowas mit Knöpfen. Hä? Für die, äh, für denjenigen, der das liest, dieses Handbuch, mhm, Zeitmaschine. Solange die Seiten des Buches nicht verstreut sind, musst du nur auf den Schritten auf den nächsten Seiten folgen. Ah, der Wächter. Oh mein Gott. Okay. Aha, die kann man aufmachen. Aber irgendwas mit einstammt da gerade. Ach, keine Ahnung. Jetzt Luna Roblox. Willkommen. Ah nee, warte, nicht willkommen. Du bist schon seit vier Monaten drin. Oh oh. Nein. Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Irgendwie, warte mal. Eins und zwei nach unten. Ich schau mal kurz. Oh, wie geht's weiter? Ey, ich hab keine Ahnung was zu sein. Nein, der Wächter ist bei mir drin. Oh, das war knapp. Hä? Man kann das Buch klicken. Echt? Echt? Warte, was passiert da? Hä? Einfach nur so bub, bub, bub. Bub, bub, bub. Irgendwie verwirrt mich das. Hä? Äh? Ah, hier geht's weiter? Man kann die Bücher anklicken, aber kommt nur so bub, bub, bub. Hier ist irgendein Code. Oh nein. Z, acht, eins. Was? Was soll das denn heißen? Eeeh. Ah, ja, ich bin auch bei dir gerade. Äh, wo kann ich dich da rum? Oh mein Gott. Äh, Z steht da. Ja, aber. Äh? Das macht nicht mal Sinn. Keine Ahnung. Warte, ich lenke die Arme, du kannst mal in die Kabine reinschauen. Oh, ich hab ne, ich hab einen Schlüssel. Ja, okay, ähm. Ist hier irgendwo ein Schloss? Welchen Schlüssel hast du? Einen gelben. Ja, das ist in diesem einen Raum drin. Wo? Welcher Raum? Also, egal, welcher ist in beiden drinnen. Okay. Rechts? Aha. Jawoll, ist offen. Ist das eine Backgasse oder kann ich da mit rein? Eins, zwei, drei. Ja, du kannst den hier outplayen, eigentlich. Hier ist nochmal so zwei oder so. Hä? Okay, das Rätsel ist schwer, glaube ich. Ja. Oh, hier ist auch noch irgendein Code. Aha. Zwei und Pfeil nach rechts. Hier, wenn ich dir sage, da gibt's keine. Andere Frau für mich. Lieber bleib ich alleine. Ja, du bist perfekt. Ja, du bist perfekt. Also... Okay, das heißt, wir müssen ja in der Zeitmaschine irgendwas aktivieren, oder? Ich glaube, bei der Zeitmaschine habe ich gerade schon irgendwas. Also, rechts kümme ich mich gerade drum. Ich glaube, das ist richtig so. Hier links habe ich keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Eins, zwei, drei habe ich jetzt gemacht hier. Ja, ja, okay. Irgendwie ist das komisch. Oh, sag ich, der Wächter macht ja Urlaub, oder was? Ey, das in diesem Roleplay-Spiel war so einfach und da kommt sowas hier. Oh, oh. Oh, hä? Hä? Ah, der Wächter ist, äh, stuck. Z 818 195. Aber was soll das heißen? Ja, wenn ich das... Warte, ich geh mal zur Kapsel. Ich schau mal zur Kapsel. Hi, vielen, vielen Dank nochmal für die Mitgliedschaft. Z3118, das steht hier sogar. Hä? Z3118, Zeitkoordinaten. Warte, ich geh nochmal zurück. Hä? Was soll das bedeuten, Mann? Ja, wenn ich das wüsste. Warte mal, ich schau mal kurz. Hier steht Z8. Oh, ich glaube, 8 ist das. 8 ist groß geschrieben. Also, ich glaube... Wie du glaubst. Ich würde einfach mal spontan hier 8 eingeben. Ja, das wird schon passen. Warte mal, aber... Was hat das mit den Büchern auf sich? Ja, ich glaube, das ist für rechts. Weil rechts war noch so ein anderes Rätsel. Und ich glaube, man muss in der Reihenfolge diese Dinger hindrehen, in die Richtung, wo der Pfeil zeigt. Warte, warte, warte. Komm mal kurz mit zur Kapsel. Oh mein Gott, ich hab's gelöst. Oh mein Gott, ich hab's gelöst. Ich bin so schlau. Hä, ehrlich? Hä, ich bin auch nochmal schlau. Weißt du, warum? Er hat das einfach random gemacht. Nein, guck, warte. Hier war irgendwo ein Zettel mit 1, 2, 3, ne? Okay. Wo war der nochmal? Ja, keine Ahnung. Da war auf jeden Fall ein gerader Strich, noch ein gerader Strich und ein schräger Strich. Okay. Hier, siehst du? Ah. Das heißt gerades Buch, gerades Buch und ungerades Buch. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay, okay. Okay, dann gehen wir einmal da rein, komm mit. Okay. Und hier ist drei nach oben. Drei nach oben. Und was hat das zu bedeuten? Ja, das hier. Hä? Irgendwie war das richtig auf einmal. Hä, warum steht hier jetzt 8? Ja, also glaubst du 1, 2, 3 richtig, oder was? Weil ich hab 8 gemacht. Aber... Ah, okay, okay. Aha. Aber schau mal, komm mal kurz mit. Bei diesem Z-Koordinat. Ah, okay, okay, jetzt verstehe ich das. Wir brauchen einen blauen Schlüssel. Ja, aber bei diesem Z-Koordinat ist die 8 eben groß geschrieben. Und deswegen hab ich eine 18. Ja, verstehe. Wir haben noch 8 Minuten Zeit auch. Ey, was macht der Wächter hier? Ja, so... Hier muss man rein. Also ein Schlüssel wäre vom Vorteil. Ja, was steht denn da, oder? Da steht... Y. Aber ich kann es nicht lesen. Keine Ahnung. Ja, das ist viel zu klein. Ja, was ist der für... Oh nein. Oh oh. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Oh mein Gott, wie krass. Okay, der Fehler ist wieder weg. Okay, gut. Also die Hälfte vom Rätsel haben wir schon mal. Hä? Aber... Findest du hier irgendwo einen blauen Schlüssel? Aha, hier ist noch ein Zettel. Hä? Äh... Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwas öffnet sich hier von diesen Türen. Ja. Aber... Aber... Es tut sich nichts. Aber als erstes brauchen wir... Einen blauen Schlüssel. Äh, wo soll der denn sein? Ich gerade weiß mich auch. Hoch. Eigentlich... Müsste der ja im gelben Raum sein, aber da ist keiner. Hä? Und da hoch geht es auch nicht. Okay, Leute. Oh, warte mal. Ja? Einer hat gerade geschrieben, mach diesen Emotes, aber ich kann keine Emotes machen im Spiel leider. Sonst hätte ich mich einfach glitchen können. Äh, nichts glitchen hier. Aber gut, die Idee an sich. Okay. Wir brauchen nur noch die anderen Zettel. Warte mal. Was? Diese Treppe hier. Die müssen wir irgendwie... Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Durch den Hebel, oder? Natürlich durch den Hebel. Oh mein Gott. Ey, wir sind so dumm, ne? Okay, hier brauchen wir trotzdem einen Schlüssel. Aha, da ist er. Ja, hier ist ein Zettel. Und ich habe einen Schlüssel, endlich. Hier ist X und 5. X und 5. Okay, X. Also die zweite Zahl ist 5 bei X. Ja, und ich glaube, das letzte können wir raten. Nee, nee, das brauchen wir nicht raten. Ich sehe das jetzt. Moment. Das letzte ist 3. Oh, hoffentlich klappt das. Ja. Ja, es klappt. Ja, Leute. Wie gut. Perfekt. GG, Leute. Wir haben damit das Abzeichnen bekommen, oder? Nein, warte mal. Was ist das? Oha, wie komme ich hier weg? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ohio-Monster? Hä, wir sind doch nicht am Ende. Hier ist ein grüner Schlüssel. Oh mein Gott, es geht einfach. Ah! Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, geh weg. Ich sehe gar nichts. Geh weg, geh weg, geh weg. Hä? Hä? Ich dachte, das wäre schon. Hä? Wer ist das? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Ich stecke fest. Tja. Ah, Ray, kannst du dich auch... Oh mein Gott. Respawn? Nee, ich kann dir nur zuschauen. Aber das ist so schlimm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge. Hä? Also, das ist mal ultra komisch. Warte mal, wir haben jetzt verloren. Willst du mir wirklich sagen, wir haben verloren und keine Abzeichen bekommen? Eh, warte, ich schaue kurz nach, ob ich ein Abzeichen habe. Nee, oder? Ich habe keins. Okay, warte mal. Drück nochmal auf den Link. Wir spielen jetzt mal mit Zuschauern. Hey, okay, ich bin noch da oben auf dem Server. Ja, du auch. Hä? Oh, warte, ich komme gerade neu rein. Nein, ich habe Roblox neu startet. Komm. Hey, dein Ernst? Ich habe auch gesehen. Ja, und das Spiel ist voll. Okay, ich bin jetzt nämlich in der Hand drin, alleine. Ja, ich starte den Server kurz neu. Perfekt, Leute. Überdankt euch bei A-A-Ray. Wurdest du rausgespissen? Nee, ich bin auch hier in der Hand drin, aber ich gehe nochmal raus. Okay, ich versuche es neu. Hä? Wieder? Da wacht ich lange. Ich mache einen neuen Link einfach. Ja, oder so. Okay, Leute, sagt mal, was macht ihr eigentlich gerade so alle im Chat? Wie geht es euch? Eee. 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 Warte mal. Konfigurieren. Link. Zack. Ich bin verwirrt. Warte, warte. Okay, jetzt habe ich es. Eee. 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 Du kleiner Luke. Ja, ich mache das nicht so. Warte, okay. Jetzt hast du einen Link bekommen. Ich weiß, Leute, ihr wollt alle mitspielen. Es tut mir so leid, Mann. Ich schicke euch jetzt nochmal den Link rein. Ich glaube, mit mehr Leuten ist es doch einfach. Oder einfacher. Ja, hoffentlich. Döner essen, schreibt Prime Vision. Eee. Blau Döner. Klamm hier auf die Eins. Hä? Dino Nugget. Dino Nugget auf die Eins. Habe gestern geweint. Warum denn, Erna? Mörder versus Sheriff. Das können wir gleich machen. Ist das auch drin im Spiel? Ja. Bist du auf dem Server? Ich gehe auf die Hand. Oh, ich auch. Ich glaube, wir sind aber nicht auf dem Server, oder? Nee, bist du drin? Ich bin jetzt bei der Hand. Okay. Perfekt. Leute, drückt auf die Hand. Wenn ihr auf dem Server seid. Okay, wenn im Kill ist der Erste, oder die Erste. Noch eine Person, glaube ich. Oder noch zwei. Leute, den Link hat sich reingeschickt. Oder passen noch die Leute drauf. Ja, kann auch sein. Okay. Ja, ich glaube, noch die Leute passen drauf. Dann drücken wir auf Spielen. Let's go. Du hast jetzt ein Hand-T-Shirt an. Wie das denn? Ja, fresh. Fresh, Mann. Ja, mit orangenen Ärmel. Ich. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie das funktioniert. Deswegen lass uns hier beeilen. Eins ist nach unten, steht hier. Was nochmal das heißt. Okay, eins. Hä? Okay, gelb ist offen. Aha, warte mal. Die Zahlen sind jetzt anders, oder was? Ja. Oh, die Zettel liegen auch woanders jetzt. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lauf. Lauf, 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 lauf. Oh nein. Oh mein Gott. Die Erste ist schon weg. Warte, ich mach den wieder hier eingesperrt. Oh, riskant, aber. Riskant, aber ich hab's geschafft. Okay, schräg und unten, unten. Hä? Hier kommen noch mehr Leute rein. Ja, hä? Okay, sechs Leute sind wir jetzt. Ja, hatte eine Fünfte-Matte-Test, deswegen. Oh man, Herna. Das hatte ich schon so oft. Ja, ich auch. So, drei nach unten. Bevor wir hier noch weiter Zeit verschwenden, mit dir reise ich um die Welt, ich lebe wie Momente. Okay, die Treppe ist aufgegangen. Du bist meine Sonne, ja, ja, du bist meine... X ist neun, und der blaue Schlüssel ist hier. Das dritte war nach unten, ne? Ja. Okay, Y ist sieben. Okay, warte, ich geb das alles mal ein. Also, X war... Was war X? Äh, keine Ahnung, mach Y auf jeden Fall sieben. Okay. Und X ist... X ist sechs. Okay. Hä? Warte mal. Hä? Sollte doch jetzt eigentlich fertig sein. Hier ein Code fehlt. Nee, X ist neun. Nee, X ist... Oh. Oh, war falsche Seite, ups. Nein, oh mein Gott, ich bin fast tot. Was? Was? Wie hat er mich nicht bekommen? X ist neun? Nein, überhaupt nicht. Sein Ernst? Das war so... Ich bin voll weggelaufen, aber er hat mich einfach bekommen. Junge. Ist das blöd. Oh Mann. Toll, Aare. Sehr gut. Ich hab Hunger auf... Aber weißt du, das ist gut, weil jetzt mach ich ne kurze Pipi-Pause. Ich komm gleich wieder. Alles klar. Zwei ist links. Oh mein Gott, war das laut. Oh mein Gott, ich hab mich so erschreckt. Erschreckt, ne? Ey, wie laut war das gerade bitte von dem? Ich hab heute Döner gegessen, ey, annaß. Deine Hose ist nass. Ich hab heute Döner, ey, ungesund. Ey, jetzt halt doch mal dein Mund. Ich hab heute Döner, ja, dann wird mein Bauch halt und Döner, ey. Hä? Eigentlich sollten wir das doch jetzt geschafft haben. Ich hab heute Döner, ja, dann wird mein Bauch halt und ey, Döner. Ich hab heute Döner, ja, dann wird mein Bauch halt und ey, Döner. Jetzt. Und? Wie noch nicht? Aha, perfekt. Ja. Ich esse gerade Döner. Ey, Alina, ich wünsche dich ja so cool wie du. Okay, Leute, es geht weiter. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, Mann, auf den hab ich überhaupt keine Lust. Was ist das? Lami, er ist bei dir. Viel Spaß. Junge. Ey, was geht denn hier ab, Mann? Ey, und warum sind denn vierkige Bäume? Oh, oh. Oh, was war das? Was ist das für ein Monster? Ist das einer Mongas oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie der funktioniert. Der geht auch nur so irgendwie ganz komisch. Oh mein Gott. Wir gehen hier lang. Aber was ist jetzt eigentlich unsere Mission hier? Okay, das ist eine rote Tür. Ich glaube, Schlüssel finden und öffnen. Ach, wirklich? Ja, du hast gefragt. Aber die Map ist sehr groß irgendwie. Ja, ich komme mir gar nicht zurecht mit der Map. Ich glaube, ich muss die Musik auch mal ein bisschen leiser machen. Damit ich dieses Monster höre. Ich habe einen roten Schlüssel. Ich glaube, du musst wieder zurück. Weil wo du gerade herkommst oder so. Aha, okay. Aber ich glaube, da rennt auch gerade der andere rein. Oh mein Gott. Ich meine das Monster. Ja. Oh mein Gott. Pass auf die Treppen hoch. Was ist? Es ist weg. Da bin ich auch mal weg. Sui. Ja, genau das. Aha, das ist der nächste Schlüssel. Aufzugsschlüssel. Aha. Yeah. Ja, toll. Ciao. Also bei mir passiert nichts in deiner Perspektive. Nee, bei mir auch nicht. Nami, du bist der Beste in deinem Prime-Vision-Duo immer noch. Hä? Was bringt einem der? Keine Ahnung. Kann man da draußen draufdrücken? Irgendwie beim Aufzug. Nee, warte. Weil ich meine, es muss irgendwie weitergehen. Nö, geht nicht. Okay. Sag, Anni, deine Hose ist nass. Anni. Ah. Oh mein Gott. So. Anni, deine Hose ist nass. Oh. Wo kommen eigentlich diese, diese Kranhalter her? Die kommen einfach aus dem Himmel. Yeah. Spider-Man. Okay. So, ich glaube, ich muss jeden Aufzug einmal anmachen. Irgendwie so. Hier brauchen wir noch einen grünen Schlüssel. Du bist der Letzte, der lebt. Im Ernst jetzt? Ja. Im Ernst jetzt? Ja. Na toll. Der ist tot, Mann. Na toll. Der schaut einen voll an. Hä? Der unten ist doch voll. Oh mein Gott. Warum ist das so schnell? Oh mein Gott. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ey, Profi. Meine Abelie. So, gehen wir einfach mal hier lang. Lena, mit dir seit einem Monat. Vielen, vielen Dank. Und ich habe den grünen Schlüssel. Oh, warte. Nein. Nein, 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 nein. Baby, wie du am lieb. Oh mein Gott. Ich komme nicht klar. Ah, 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 ah. Hey, der geht einfach. Ja, ciao. Der ist auch besser so. Der lag von mir. Also hier ist Piggy hier voll komisch. Der rennt einfach weg von dir. Ich weiß nicht. Soll ich ihm jetzt hinterher? Ja, musst du. Nee, oder? Warte mal. Doch, da ist der. Oh mein Gott. Da ist das grüne Schloss. Ey, da ist schon wieder dieser Mini-Amo-Guss. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Das ist einfach Dani. Aber der ist neu dazu gekommen. Grünes Schloss. Oh oh. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Dani. Du hast mich gerettet. Ich küsse dein Herz, Dani. Er hat sich für mich geopfert. Ich hab's gesehen. Hä? Aber wo ist das grüne Schloss doch mal? Ey, wenn ich das wüsste. Hä? Stell dir vor, es wäre hier oben. Ja, gut. Na toll, ey. Oh, das ist da ganz drüben im anderen Gebäude. Hier? Ja, Anni, da warst du gerade. Hä? Man rennt einfach im Kreis. Dui. Uh, uh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Aber okay. Nachdenken. Wo war doch mal das grüne Schloss? Weiß ist einer im Chat vielleicht. Bei der lilanen Stange. Stimmt. Da warst du noch nicht da oben. Stimmt. Oh mein Gott. Stimmt. Hier ist es. Ja, ich sehe es. Vielen Dank, Mann. Regenbogen, Lami. Danke. So. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Ja, viel Spaß, das zu lösen. Jetzt darf ich erst mal eine Mathearbeit schreiben oder was? Nein. Ich muss die ganzen Zahlen jetzt. Ich glaube es nicht. Ich habe noch zwei Minuten Zeit. Wie soll ich das machen? Wo liegen die überhaupt? Herr Rohr. Nein. Ey, sag nicht. Wir müssen das nochmal spielen. Nee. Aber irgendwas muss im Fahrstuhl doch sein, oder? Oder war da einfach ohne Grund geöffnet? Warte mal. 24 steht da drauf oben. Das könnte... Nee, das könnte nicht sein. Nee. Ich glaube auch nicht, leider. Oh mein Gott. Hier ist aber auch wirklich nirgendwo... Irgend so ein Zettel oder so. Ja, das stimmt. ...dem wir gebrauchen können. Also, wer soll ich denn den Code wissen? Da steht zwölf. Aber so viele Zahlen gibt es gar nicht. Eins, zwei. Eins ist zwei. Warte mal, vielleicht... Warte mal, vielleicht bin ich schlauer, Aure. Oder man muss das zusammen addieren. Eins ist zwei. Das zweite ist vier. Oh. Und drei ist eins. Okay. Zwei. Vier. Eins. Zwei. Vier. Ja! Oh mein Gott. Hä? Wie schlau bin ich? Hä? Leute, ich habe das abzeichnet. Hast du das auch? Nein. Yeah! Wir haben es! Ey, wie schlau! Also, ich glaube, noch mal machen wir das nicht, oder? Nee! Okay, warte mal. Hä? Meine Belohnung? Was machen wir? Hm. Okay, er hat es. Hä? Was? Der behält das goldene Ei einfach. Was ist das denn für ein Eierkopf, ey? Na toll, okay. Hier sind wir auch schon wieder. Also, Brooklyn und Notruf Hamburg haben wir noch. Ja. Pet Simulator. Nee, nix Pet Simulator. Adopt Me, ey. Das müssen wir ja nicht mal spielen, ohne Spaß. Nee, auf gar keinen Fall. Hä? Warum? Wir spielen jetzt Notruf Hamburg. Notruf Hamburger? Notruf Hamburger. Okay. So, Leute, ich gehe in einen leeren Server, wie immer. 34 Leute können hier rein. Oh, oh, oh. Oder nee. Ich mache einen Link. Ja, ich sage dir, wir spielen heute noch Adopt Me. Ich habe eine Bubux, oder? Ich habe eine Bubux. Ja, du hast alle für diesen Core Blocks ausgegeben. Hey, Mami. Mati. Ey, aber diese Flammen sehen schon echt cool aus. Die Augenflammen? Ja. Die passen, bevor sie dann ins Gehen. Ja. So, Lami, Rublox. Okay, ich kaufe mir kurz einen Server hier. Okay. Okay. All right. Ich schicke dir den Link einmal zu. Okay, ich komme drauf. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier in Notruf Hamburg machen müssen. Ja, so ist es in Notruf Hamburg. Oh, Mann. So, Leute. Der Link ist auch bei euch im Chat. So, ich bin aber auch gespannt. Ich bin vor dem Gefängnis. Ey, immer wenn ich in Notruf Hamburg reingehe, bin ich im Gefängnis. Das ist doch fast game. Jedes Mal muss ich hier 30 Bubux ausgeben. Ja, die machen das ja auch mit Absicht bei dir. Glaube ich auch. Oh, was ist das für ein krasses Auto? Ferrari. Ey, das klaue ich. Hey, aber hier steht jetzt nichts mit der Hand, oder? Hallo, ich will mit rein. Ah, okay. Vielleicht beim Handy? Hä? Leute, was müssen wir jetzt hier machen? Ey, du hast Dany umgefahren. Oh, Dany. Sorry, Mann. Dany, ich abonniere dich noch. Keine Sorge. Okay. Was ist jetzt hier unsere Mission, damit wir das Abzeichen bekommen? Hm, warte mal. Ich... Schau mal kurz. Vielleicht finde ich was, aber ich bin mir nicht sicher. Weiß das jemand aus dem Chat? Ja. Führer, Führer, hier steht das. Führer als LKW-Fahrer eine Lieferung bei einer Strecke von mindestens 10 Kilometern durch. Was? Also als LKW-Fahrer 10 Kilometer fahren. Wie werde ich denn zum LKW-Fahrer? Ja, du, wenn ich das richte. Toll. Leute? Ah, LKW-Firma ist oben. Ganz oben auf der Map. Okay. Dann fahren wir einmal da hin. Ja, genau. Die Richtung. Oh mein Gott. Junge! Du hast das, oder was? Ja. Wie? Was? Nein, ich bin im Auto bei dir. Ach so. Okay, was geht hier ab, Mann? Leute, hört auf, gegen mich zu fahren. Warte mal, wohin fährst du? Das ist genau die falsche Richtung. Hä, warum? Das ist doch hinten. Hä? Ja, du fährst eine Verlängerung. Hä? LKW-Fahrer ist oben. E. Ja? 19 Uhr 19. Wow. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe hier schon eine Aufgabe als LKW-Fahrer. Hä, die ist voll langweilig. Love, ich habe eine coole Aufgabe für dich. Oh, oh, jetzt kommt's. Welcher Song beschreibt unsere Beziehung? Welcher Song? B-B-B-B von Banani. Hey, das dachte ich auch gerade. Hä? Ja, was hä? So, wir sind da. LKW-Firma. Schicht starten. Hier. 10 Kilometer. Hey, ich habe noch 8,2. Ach, da gibt es nur eins mit zwölf. Nee. 20 Uhr 20 in Deutschland. Hä? Wo ist jetzt mein LKW? Also, ich kann noch 8,2 ausführen. Ah, hier. Hä, aber wo ist jetzt mein LKW? Hä? Ich kann noch 9,5. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt, ich habe es. Ah, Fahrzeughändler. Hier. Wo? Ja, das ist ein Telefon. Oder sowas. Im, im Laden hier drin. Oh, LKWs. Aha. Fahrzeug spawnen. So. Habe ich es jetzt gespawnt? Ja. Ist es meins? Ah, das ist meins hier. Leute, ich glaube, ihr habt meins geklaut. So, alle mal weg. Ich muss hier durch. Aha, das ist meins. Let's go. Oh, mein Gott, wie cool. Ich kann beginnen. 10 Kilometer. Warte mal, wo musst du? Wohin? Ja, sag mal einfach auf der Map so ungefähr. Keine Ahnung, wohin. Hä? Mein Lieferziel ist direkt hier 2, 2 Meter neben mir. Aber dann sind es nicht 10 Kilometer. Hä? Ich glaube, das waren nur 10 Meter oder so. Ey, was? Das Auto ist so langsam. Ja, und voll schwer zu steuern. Bei Kurven. Piep. 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 Der Link geht nicht. Der Link geht nicht. Leute, der Server ist schon lange voll. Nobi. Nobi. Oh, ich habe das Gefühl, einer will mich hier crashen. Ja, Leute, der Link. Oh, der Link ist schon voll. Der Server. So. Oh, ich habe es fast. Wenn das so einfach war. Hä? Ach so, ich muss mehrere Lieferungen machen. Ah. Hä? Hä? Ja, und wie viele insgesamt? Kannst du Dina grüßen? Dina, ich grüße dich. Ja, so lange bis wir halt... Oh mein Gott, wo fahre ich hin? Oh mein Gott. Das ist einfach LKW-Simulator und nicht mehr nur du, Hamburg. Ja, was ist das für ein Roblox-Spiel hier? Das ist ja mal wirklich die langweiligste Handaufgabe. Hä? Autofahrt kann hier auch keiner. Weißt du, stell dir vor, diese ganzen... Die Amerikaner, die diese Hand spielen, die fahren dann einfach hier LKW und denken, das ist Deutschland. Ja. Genau. Weißt du, wir hätten auch Lamy's Hangout einfach nehmen können. Wir hätten so coole Osterseinsuche oder so. Hey, ohne Spaß. Nächstes Jahr, du schreibst Roblox einfach. Roblox schreibt mir. So, die sagen, bitte, bitte Lamy, wir wollen Lamy's Hangout. Soli und Dennis Pro, vielen, vielen Dank für die verlängerten Mitgliedschaften. Oh, Ausfahrt. Oh, nee, warte mal, keine Ausfahrt. Hey, Hilfe. Ey, ich werde von der Polizei verfolgt. Was will der von mir? Hast du Sterne oder was? Nein, habe ich nicht. So, Leute, so fährt man richtig LKW. Hä? Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Wie? Ja, ich habe es einfach. Ja, wie easy. Ich muss nur zwei Stationen fahren. Ich fahre noch eine zum Spaß. Warte mal, wo bist du gerade? Okay, ich habe... Aha, ich habe es geschafft. Oder? Wie einfach. Ich glaube schon. LKW-Hunter? Ich habe nur LKW-Hunter bekommen. Oh, warte, ich muss so schauen. Ja, das ist das. Ja? Ja. Raus hier. Ja, das war es mit Rudolf Hamburg. Okay. Äh, was haben wir noch? Adopt Me oder Brookhaven? Ich weiß nicht. Brookhaven? Lami, wir können wirklich jederzeit Adopt Me spielen. Adopt Me? Ja, bitte. Okay, komm. Wir spielen Adopt Me. Ja, let's go. Wir spielen Adopt Me. So, da kann ich dir meinen... Was habe ich für einen Pad? Keine Ahnung. Frost Fury zeigen. Wow. Frost Fury hast du. Oh my God. Na klar. Oha. Ja, bist du smidish? Nee, überhaupt nicht. Oha. So, Leute. Ah, du hast mir einen Link geschickt. Ja. Ich habe doch ganz viel mehr Leute drauf. 48 Leute. Okay, Leute. Ich schicke euch den Link einmal hier rein. Ich habe Giraffe. Leute, ich kenne mich nicht aus mit Adopt Me. Endlich ein Spiel, wo ich besser bin. Ich wage das Spiel nicht. Okay, wo ist jetzt hier der Hand? So, spielen. Wir sind... Hä, sind wir vom Server? Oh my God. Oh my God. Bist du auf einem Server drauf? Ich habe einfach meinen ersten Roblox-Skin noch hier. Nein, warte mal. Ich habe den Server neu gestartet. Ich noob, ich noob, ich noob. Nein. Leute, schaut euch das mal an. Ich habe einfach meinen ersten Roblox-Skin hier. Warte, bleib stehen. Ich will dich sehen. Ist es dieser von Adventure Time? Ja. Oh, den muss ich sehen. Hä? Ich habe das letzte Mal Adopt Me also mit diesem Skin hier gespielt, oder was? Warte, Freunde. Teleportieren. Das ist diese Ente hier. Oh my God. Ey. Komm her, Baby Lami. Warte, bitte. Adoptier mich. Bitte, bitte, bitte. Warte. Adoptier mich. Familie erstellen. Oh, ich kann, ich kann, ich kann. Warte. Hallo, wer bestehen? Oh my God. Wow. Ja. Wow, Handelsanfrage. Komm mit. Ich habe nichts zum Handeln, Leute. Doch, hier. Ein Dog. Oh, ich kann das nicht mal tauschen. Ja, let's go, Baby Lami. Einen Affen, einen Orang-Utan will er mir traden. Hey, Leute, behaltet eure Sachen für euch. Warum ist hier eine Wüste eigentlich? Okay, warte mal. Was ist jetzt eigentlich unsere Mission hier? Gute Frage. Wir fahren mal in die Mitte. Hey, was ist das für Musik hier? So, und wo ist jetzt hier die Suche? Moment. Ist nicht hier eigentlich in der Hand. Eckhand, Eckhand. Ah, findet Tom. Warte, drück mal links drauf auf dieses Taskboard. Was für ein Ding? Ja, links, dieses Taskboard. Navigieren. Ah, hier vorne. Lami, willst du mal mein krasses Bett sehen? Ja, unbedingt. Schau mal, ich habe einen Hotdog-Hund. Oh, mein Gott. Ja, ich weiß. Neidisch, oder? Wow. Und ich habe auch einen Minion. Aber der ist lila. Du bist ein kleiner Minion. Ja, okay, du auch. So, Tom. Was geht, Tom? Wer ist Tom? Ah, hier. Ja, hier. Hey, Reisender. Welcher Tag ist heute? Dönerstag, glaube ich, oder? Ja, fast. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Viel zu viel Text. Das skippen wir mal. So, und jetzt, Lami. Was ist die Aufgabe? Hä? Was will der mir jetzt sagen? Oh, ich mache mal Handel aus. Wie geht das? Bei den Einstellungen unten rechts. Und dann auf allgemein und dann Interaktion. Oh, mein Gott. Wie kompliziert. Nee, du Hater. So. So, ich mache alles aus einfach. So. Also müssen wir jetzt hier in die Portale reingehen, oder was? Ich gehe mal ins Erste rein. Ja, ich auch. Aha. Das ist einfach, ah, oder? Wir sind im letzten Jahr im Frühling. Ja, okay. Mir egal. Wow, so. Leute, so sei top wie letztes Jahr aus. Ist das nicht langweilig? Ja, oder? Hey. Ah, hier sind Krabben. Wir müssen Krabben sammeln, glaube ich, oder so. Mr. Cribs. Ich habe eine Krabbe. Ja, ich habe auch eine Krabbe. Ah, wir müssen drei Krabben sammeln und uns die zurückbringen hier. Aha. Hä, warum ist eine Ente drin? Nee, ist Ente. Warte, hier ist noch eine Krabbe. Warte, viele hast du? Einmal. Was? Wie viele hast du, viele Krabben? Eine. Ich habe zwei. Du spielst einmal Adopt Me und ich bin nicht dabei. Tut mir leid, Chiara. Ich spiele einmal Adopt Me. Oh, das ist auch das letzte Mal. Eee. So. Weißt du, jetzt bist du der beste Adopt Me-Youtuber? Hä? Das war ich schon immer. So, und ich habe drei Krabben. Hier warte ich gleich auch. Warum stinke ich jetzt? Ich stinke einfach. Mein Skin stinkt. Ja, wie in echt. Junge. Jetzt war ich Adopt Me noch weniger. Ich glaube, du kannst dich als Erwachsener machen, dann stinkst du nicht mehr. Wenn du weißt, wie das geht. Jetzt können wir wieder zurück. Hast du drei Krabben? Nein, zehn. Ten Krabben habe ich schon. So, weiter geht es ins nächste Portal, oder? Ich würde schon sagen. Und Tom, was ist das jetzt? Oh, mein Bro. Hä? Winter? Hä? Hier ist Buzz. Was ist das denn für ein Skin? Buzz Simpson. Press and Shuffle Challenge. Und jetzt? Spielst du gerade auch? Ah, okay, okay, okay. Ja, verstehe. Easy. Okay, das ist gar nicht mal so... Gar nicht mal so cool. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, Leute. Also wirklich, wenn das jetzt so baby einfach ist... Was ist was? Hä? War das die Challenge? Ein Zahnrad? Nicht im Ernst, oder? Okay, okay, okay. Okay, es geht weiter, Leute. Es wird noch schwerer. Ja, okay, also schwerer wird das nicht, irgendwie. Ey, wie soll man das denn bitte verlieren? Ey, das ist Level für Neugeborene, glaube ich. Was? Noch eins? Mach mal schwerer hier. Komm, wie der tanzt. Oh, ich glaube, es geht schneller ein bisschen, aber es ist nicht schwerer. Oh mein Gott, es hat sich einmal bewegt, Leute. Hä? Wann ist das jetzt? Dreimal, oder machen wir das fünfmal, oder? Ich habe keine Lust mehr. Okay, okay, okay. Okay, es wird ein bisschen schwieriger. Überhaupt nicht. Hä? Doch, die haben sich schneller bewegt. Ja, wie kann man das denn bitte verlieren? Also ohne Witz. Ja, das stimmt. Oh, ich habe es geschafft. Das war ja mega schwer. Ja, schnell zurück. Also im Ernst, mehr ist Adopt Me nicht eingefallen für ein Roblox-Event. Jetzt, nach vier Jahren, habe ich jetzt... Ich sage dir ehrlich, besser als Notruf Hamburg. Ey, so eine Challenge bei einem Event. Ich hätte so eine Obby gemacht mit einem kleinen Rätsel, mit Labyrinth und dann auch mit Free Robux. Alles. Oha, was ist das denn jetzt hier? Squid Game? Ja, aber wir sind alleine, glaube ich. Uff, ist echt gruselig hier. Findest du auch? Nein, überhaupt nicht. Ja, mega gruselig. Oh mein Gott. Ah, die Plattform wackeln. Ja, gut zu wissen. Oh mein Gott. Äh, ich kann den Propeller benutzen. Ja, easy. Warte mal. Ich fliege einfach. Und geschafft. Moment. Wie geht das nochmal? Über Inventar und dann diesen Propeller bei... Nee, nee. Nee, okay. Leute, ich schieße... Oh. Toll, ich dachte, es funktioniert. Bei mir hat das geklappt. Hey, ich dachte, ich kann diesen einen Trick machen. Mit klicken und dann läuft man automatisch dahin, weißt du? Ah, ja, okay. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, und ich habe ein Abzeichen bekommen. Hä, zum Bewegen klicken. Aber ich klicke, aber... Oh. Zeitreiseuhr. Zeitreiseuhr. Oh Mann, hat es gerade ein Fahrzeug bekommen. Oh, toll, Punkt. Ich verstehe nur nicht, warum Adopt mir in der Wüste ist. Ich komme in den Club rein, ja, ja. Ich bin ein... Hey, Mann. Hey, Mann. Zack und zack. Na toll. Zack und zack. Na toll. Zack, zack. Zack, zack. Easy, Leute. Hast du es? Ja. Okay, dann haben wir noch Brookhaven. Okay, Leute, ab zu Brookhaven. Adopt me war ja sehr, sehr langweilig. Ich sage ehrlich, immerhin kein LKW-Simulator. Ja. Ja, Notruf Hamburg war auch schon sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Das Update, also das Event. Was war das Beste heute? Das Beste fand ich bis jetzt Piggy. Ja, fand ich auch. Weil da war ehrlich Arbeit drin. Ja, Dorf war auch sehr, sehr krass. Dorf war cool, Piggy war cool. Bad war eigentlich auch ganz lustig, aber nicht so krass. Blade Ball war viel zu einfach. Also Blade Ball war auch viel, viel zu schlecht eigentlich. Oh, warte mal. Ja, die haben gar nichts Neues hinzugefügt. Gar nichts. Man musste einfach nur spielen, mehr nicht. Oh, wir haben auch noch Katalog Avatar Creator. Das mit Live Together sogar, das mit dem Roblox Snapchat, das fand ich sogar cooler. Ja, war nur Oster-Eiersuche. Ja, war nur... Oh, der macht Barry. Stimmt, Barry. Okay, Leute, danach... Eigentlich bräuchten wir Emily dazu. Danach brauchen wir auf jeden Fall ein paar Bubux, oder? Ja, haben wir es dann geschafft, oder was? Ja, würde ich so sagen. Wenn wir jetzt ein Abzeichen haben, dann passt das. Wie viele haben wir jetzt schon? Gute Frage. Wie 1, 2, 3, 4, 5... Hä? Warte mal, 6 Abzeichen, das macht nicht so viel Sinn. Jetzt bin ich gespannt. Barry, das... Keine Ahnung, ich glaube, das beliebteste Spiel in ganz Roblox. Hast du überhaupt das Abzeichen in der Dombie bekommen? Das sieht nicht danach aus. Wie? Wie, ich habe das nicht bekommen. Also, du hast das Abzeichen nicht bei deinem Inventar. Egal, ich brauche keine Dombie. Ja, du kannst es dir nachher noch holen. Ich glaube, das speichert sich. Warte, Barry ist ausgerutscht. Bla, bla, bla. Nein! 10 Donuts müssen wir finden, ne? Wie 10 Donuts? Ich habe auch den Lava-Modus. Ja, das ist, glaube ich, nicht so praktisch. Oh mein Gott. Leute, ich habe First-Person-Modus. Und dann nochmal... Lava. Geht das überhaupt im Lava-Modus? Und ich sehe die ganze, diese Augen. Das ist ja mal richtig komisch mit den Augen. Ah, hier sind doch 100 bei mir. Siehst du den? Ne, den sehe ich nicht mal. Ja, okay, dann. Ich glaube, du musst neu starten. Toll, ich muss ja komplett neu starten, oder? Ja, auf den Link. Oder? Oder? Ah, du bist drin, oder? Moment. Hey, ne, ich glaube, ich muss... Ich muss wirklich nochmal neu rein hier. Ja, okay. Aber... Moment. Das mache ich easy. Warte mal. Hä? Was denn? Oh, das ist der Link. Okay, man muss... ... einfach nur 10 Donuts finden. Ja, genau. Und einer ist direkt am Anfang. So, ich bin wieder drin. Also nicht hier am Anfang, aber... ... ja, ein bisschen weit am Anfang. Hä? Hä? Ich kann... Oh, ach so. Okay. Aber ich habe immer noch First-Person-Modus. Hä? Ich habe es vergessen. Egal. So. Einmal weg hier. Sorry. So. Donner Nummer 1. Wir machen das Ganze einfach so schnell wie möglich, ja? Ja, okay. Ich habe auch tatsächlich Genesis, aber ich glaube, das bringt nichts. So, kleiner Speedrun. Ich glaube, die Obi dauert echt lang, oder? Ach, Quatsch. Wir machen Weltrekord jetzt. So, wir haben jetzt noch einen. Ey, du cheatest doch einfach. Nein, ich bin in den Shop rein. Warte mal, wie teuer ist so ein Speedrun? Die Schwindigkeit. Wohin, lieber das Headpack. Das Headpack ist am OP-sten. Nee, okay. Wie toll ist das? Hm. Keine Ahnung. Ja, 2050. Das geht. Donner ist hier noch auf dem Klo. Ey, der fehlt mich. Ihr werdet sehen, ich bin Barry-Profi. Wirklich. Ich habe so oft diese Obi schon gespielt. Hey, das ist wirklich ein Cheat. Ja. Oh. Okay, Moment mal. Wo ist mein Chat hin? Heute lebt ihr noch? Okay, ich sehe euch wieder. Ich drücke immer E, wenn ich nach oben fliegen will. Ja. Verstehe ich. Der sieht mich gar nicht. Oh, da ist noch ein Donut bei dem Wächter. Nee, das ist kein Donut. Das ist jetzt Schokolade. Oh, ich habe drei Donuts. Ich hoffe, ich habe alle eingesammelt. Ich habe schon fünf. Warte, bei dem Wächter hast du fünf? Ja. Okay. Hä, wo bist du? Ich bin bei dem Ball und ich habe gerade drei. Dann hast du einen vergessen. Und wo? Ähm, nach der Lavabrücke. Nee, ja, den habe ich. Hä? Ich muss schauen. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall sechs. Und ich bin jetzt bei dem Dings, wo man rennen muss. Leute, wir machen hier wirklich, wie gesagt, einen Speedrun. Danach würde ich sagen, gehen wir noch zum Schluss in Brookhaven rein, oder? Okay. Ah, auf dem Klo war ein Donut. Ah, stimmt. Habe ich schon gesagt. Ja, ja, klar. Pet Simulator, schreibt doch noch einer. Da gibt es auch was. Aber ich glaube, das ist egal. Oder? Leute, Pet Simulator. Ist einfach nur ein Simulator. Ich mag keinen Simulator, wie Pet Simulator. Simulator. Ich mag nur Spongebob Simulator. Der war cool. Hast du ihn gespielt? Ja, nur ein bisschen. Da gibt es auch, äh, die Hand. Echt jetzt? Ja. Das können wir auch machen. Aber ich glaube, dann werden wir uns nicht mehr fertig. Hä? Kann ich fliegen? Eigentlich, wir müssen noch einen zweiten Stream machen. Es gibt noch so viele Items, die wir bekommen müssen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich müsste Roblox öfter solche Events machen. Ja, auf jeden Fall. Ah, deswegen ist es so laut, weil meine Roblox so laut war. Oh, Mann. Okay, hier unten ist noch eins. War klar. Okay, ich brauche nur noch zwei Stück. Aber warte mal. Ich habe das Gefühl, ich habe welche übersehen. Weil ich... Nee, ich bin einfach viel weiter als du. Ich bin schon gleich beim Ende. Ja, ich habe einen übersehen. Perfekt. Okay, ich bin so ein Loob. Ich bin auch so schlecht, ey. Spring. 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 Okay. Ich muss mich zurückglitschen. Ich habe einen vergessen. Oh, okay. Was ging jetzt ab? Okay, ich bin jetzt in der Küche, all right? Okay. Ich bin bei diesem Speedrun-Teil. Okay, ich habe außerdem Gary gekillt. Sorry, Gary. Ausgesehen. So nebenbei. Ja, sorry. Aber hier... In der ganzen Cafeteria ist kein Essen. Kein Donut? Nö. Ich habe es zu weinen vergessen. Ich habe gerade fünf und bin beim Speedrun-Teil fertig. Wäre es auch glücklich, dass es... Dass es Frühling ist. Leute, Frühling ist cool, ne? Ja, natürlich. Endlich Frühling. Warte, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Hm, was denn wohl, wenn ich auf einer sommerlichen Insel wohne? Ja, Sommer. Okay. Ich würde sagen Frühling, weil Sommer in Deutschland ist irgendwie ein bisschen AA. Weil es ist einfach viel zu heiß. Tja, das weiß ich leider nicht mehr. Ich wohne nicht in Deutschland. Ja, du hast hier so ein Glück. Ja. Ja, toll. Okay, Leute. Ich bin jetzt gleich am Ende. Ich habe nur Angst, dass ich eine Süßigkeit übersehen habe. Aber eigentlich nicht. Ich hoffe, das speichert sich. Mit diesen Heul-Donuts. Das heißt, es müsse ja... Es müssten jetzt noch zwei, äh... Donuts kommen. Ach, komm, nimm das hier. Hä? Nicht im Ernst, oder? Hast du dich übersehen? Oh mein Gott. Okay, hier ist noch einer. Okay, dann suchen wir jetzt den letzten. Der müsste ja theoretisch... ...da oben sein. Und dann haben wir... ...auch dieses Abzeichen bekommen. Candy hat mit YouTube aufgehört, weil du... ...weil du so geil bist, schreibt Leni, hä? Ja, Leute. Deswegen hat Candy aufgehört. Nein, Leute. Der hat aufgehört wegen... ...wegen Banani, Leute. Abi musste essen. Bin wieder da. Das freut mich, Leni. Ich hoffe, es hat gut geschmeckt. Ich habe hier noch einen ganzen Bagel neben mir, Leute. Immer noch. Seit zwei Stunden. Hey, oha. Ich kann es auch gerne nach Deutschland schicken. Du kannst mir gerne einen Döner schicken. Ja, okay. Einfach ein Tausch. Wo wohnst du? Welches Land, Leute? Ich wohne in Portugal, aber nicht auf dem Festland, sondern... ...mitten im Ozean. Auf einer kleinen Insel. Ich sterbe die ganze Zeit mit diesem Speedrun-Teil. Bist du erst da? Nein, bei diesem zweiten, mit diesem Vent. Also mit diesem Lüftungsschach. Du bist im Ernst erst da? Ja, das ist voll schwer. Ich meine, du hast die Obi auch schon Millionen Mal gespielt. Ja, kann sein. Okay, der letzte Donut müsste... ...eigentlich hier sein. Aber... Hä? Der ist hier nicht. Ey, nee, sag mir nicht. Ich habe jetzt... ...ein Donut übersehen. Nee, 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 Leute. Wir fliegen. Und am Ziel wartet jetzt ein Donut auf uns. Bitte. Hehe. Der muss eigentlich. Die Donuts hat er gegessen. Emi, du hast die Donuts gegessen. Hä? Bitte, hier muss er jetzt sein. Ja, hier ist er wirklich. Ehrlich. Tada. Alle Donuts gefunden. Goldene Donut-Trophäe. Okay, perfekt. Oh, wir machen jetzt hier nur... Boom. Wow. Super schnell. Niedrige Schwerkraft. Super Sprung. Und... Sweet. Was geht da hinten ab? Hä, was ist das? Oh, Leute. Ein Secret. Ein Secret. Ich habe ein Secret gefunden. Na, toll. Oh. Hä? Hä? Das sind die Items, die man kaufen kann. Gratis. Wie gratis? Das heißt gratis. Kann man die sich nehmen? Weiß ich nicht. Moment mal. Wir fliegen da hin. Oh, wer ist das? Okay. Okay, okay. Leute, das heißt, wenn wir so in den Shop gehen, so sehen wir das ganze Jahr. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich jetzt hier vor das Item gehe, sieht man mich auch? Nee. Und? Moment. Ja. Ja. Was? Ich sehe es. Lol. Oh, ich kann leider nicht tanzen. Hä? Wie cool ist das denn? Wusste das jemand? Ja, Leute. Also, ich habe es zu 100% nicht geschafft. Ich habe sieben Donuts von 10 und fahre jetzt aus dem Ziel raus. Warte mal. Neben dem Auto war noch ein Donut, wo du rausgefahren bist. Ja, den habe ich. Das ist mein Sieb da. Und da hast du erst sieben. Ja. Na toll. Ja, so viel dazu. Oh, der Blast. Okay, Leute. Wir haben hier alles geschafft. Wir gehen jetzt zum Schluss nochmal in Brookhaven rein, oder? Okay, das ist eine gute Idee. Aber eigentlich müssen wir uns noch die Items in diesem Handhub abholen. Ah, warte mal. Okay, okay. Dann gehe ich einfach mal auf einen leeren Server. Leute, ihr könnt mir nochmal nachjoinen und ich verteile euch nochmal das Item. Also das goldene Headset. So, joint mir nach, Leute. Let's go. Hey, wo hast du den letzten Donut gefunden? Den letzten Donut, das war nach dem Ziel. Dann da bei der Tür links. Okay. Welche Tür? Ja, also wenn man so ausgeht. Eins, zwei. Break-in gibt es auch. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben Häkchen haben wir. Ja, okay. Okay, Leute. Hier nimmt alle Items. Also ich weiß nicht, ob das Adopt-Me-Ding bei mir jetzt gezählt hat. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Aber naja. So, hier, ich schmeiß nochmal die Items rum. Ah, wirklich beim Ziel links. Jetzt sehe ich's. Jetzt habe ich acht. Hä, wo ist nochmal Brookhaven? Am Spawn. Achso, weiß ich nicht. Ja, da ist der Spongebob-Simulator. Den habe ich mal aufgenommen. Oh, ich glaube, ich habe ihn sogar ein bisschen gesehen. Das ist wirklich ein cooler Simulator. Nicht so wie Pad-Simulator. Was, Leute? Ich glaube, Pad-Simulator ist auch ganz cool. Aber keine Ahnung. Ich habe das noch nie gespielt, den zweiten Teil. Oder dieses neue. Ich auch nicht. Oh, warte. Das eine Item können wir abholen. Und das andere auch. Wo? Ganz, ja, bei, im Hand. Also links. Links auf dem Bildschirm. Aha. Aha. Okay, Leute. Sammeln. Sammeln. Sehr, sehr cool. So bekommt ihr kostenlose Items in dem ganzen Event. Wenn ihr am Ende 95 Abzeichen habt. Das heißt, ihr müsst wirklich jedes Spiel spielen. Außer fünf Stück. Dann bekommt ihr diese ganzen Items. Aber ich glaube, nicht die da oben, oder? Welche? Ne, die da oben bekommt ihr nur mit dem Battle Pass. Ja, genau, genau. Die goldenen Items, die kommen nur mit dem Pass. Aber ich glaube, das lohnt sich. Weil die Items oben haben auch Partikel. Also viele. Ja. Okay, Leute. Hier. Das Item bekommt ihr. Das. Das hier. Das hier ab 60. Und das hier ab 95. Eine Krone. Die Flügel für 40 Abzeichen sind eigentlich cool. Ich glaube, das schaffen wir doch irgendwann. Leute, wir haben 15 Tage Zeit, 95 Abzeichen zu sammeln. Also freut euch in den nächsten zwei Wochen auf viele Streams, wo wir einfach versuchen, alle Abzeichen zu sammeln. Wir werden wirklich versuchen, jedes Spiel durchzuspielen, okay? Ich sag es jetzt. Leute, wirklich. Merkt euch das. Merkt euch das. Wir werden jedes Spiel von hier einmal durchspielen. In zwei Wochen. Okay. Leute, wir haben hier noch Head-Simulator. Keine Ahnung. Ich kann auch noch Brookhaven schnell machen, weil ich glaube, das ist einfach. Ja. Wenn ich Brookhaven mal finden würde. Gehst du auf den öffentlichen Server? Ich gehe einfach auf den öffentlichen Server rein. Oh, oh. Ich hoffe, ich komme drauf. Ich kann nicht beitreten. Oh, Roblox, bitte. Wann nächster Stream? Ich denke mal so nächste Woche Montag oder so. Also Sonntag kommt ein cooles Video. Samstag, also morgen kommt das Musikvideo. Ey, ich muss das Musikvideo gleich noch machen. Aber warte, wie willst du das machen eigentlich? Du hast nicht mal Freecam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, wie soll ich das Musikvideo machen? Oh, oh. Na toll, jetzt bin ich der Typ, der es gesagt hat. Oh mein Gott. Leute, wir haben ein dickes Problem. Der Freecam-Modus ist aus, Leute. Ihr seht's. Also ihr hört es. Ich kann keine Freecam benutzen. Hä, wie soll ich das Musikvideo machen? Ey, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich die Musikvideos jetzt so filmen muss. Ey, also ich weiß nicht, du kannst. Oh mein Gott. Okay, warte, wir sind gerade sowieso auf dem öffentlichen Server, aber das geht auch nicht auf privaten Server. Nö. Ich mach mal die Hand hier schnell. Okay, ich auch. Oh, das sind 120 Eier. Ey, wie einfach. Aha, hier ist sogar abgesperrt. Oh, ich hab hier nicht das Erste. Das geht sehr, sehr einfach. Hä, das Erste ist am Spawn. Oh, wie riesig. Hä, die sind ja mal richtig groß, die Eier hier. Ich sag doch, das ist einfach. Hä, die kann man ja überhaupt nicht übersehen. Also, ich hab das Gefühl, das ist noch einfacher als einfach in Brookhaven. Hä? Also, wie sie erkannt. Warte, wir machen, wer schneller ist, okay? Hey, wie viele Eier hast du schon? Fünf. Das zählt nicht, ich hab erst eins. Ja, 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 du lügst. Hey. Okay, wenn du in den Weltrennen willst, gegen Brookhaven-Profi, kein Problem. So kommst du. Ja, okay. Mal sehen, wer am Ende der Profi ist. Oh, eins ist noch hinter dem Motel. Mhm, gut zu wissen. Am Ende, du, du tust nur so. Wie? Ja, dass da keins ist. Und du sagst es nur wegen mir. Hä, nein. Die ganzen Leute sind da auch hingegangen. Ach so. Oh, ganz oben in Apartments. Wichtig oder richtig? Ja, okay, jetzt trollst du mich. Hä, was? Ja, das ist Ehrlichkeit. Was redest du? Das ist wirklich eins. Na klar, dann zeig's mir doch. Okay, dann geh halt nicht gucken. Ja, ich hab grad geschaut. Ja, ich bin zuerst Erster. Ach so, na klar. Okay, im Kino passt. Ja, ja, im Kino passt. Oh, hab ich das laut gesagt? Oh nein. Schau bitte auf keinen Fall danach. Tja, was soll ich dir sagen? Wie viele fehlen dir noch? Eh, drei. Drei? Ja, und dir fehlt keins, oder? Oh, ich will doch vier. Hä? Oh mein Gott. Aber ich seh keine mehr. Äh. Suio, 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 suio. Aber ich bin nur im roten Bereich. Und nicht in Gebäuden. Ja, also hinter dem Motel ist noch eins. Ja, hinterm Kino auch. Alter, das ist Ehrlichkeit eins. Ey, ihr... Ne, spaßvoll getrollt. Junge! Okay. Ach, hier oben ist wirklich... Hier oben ist eins. So, 18. Hä, wie hier oben ist eins? Oder du hast es da schon? Am Spawn, meinst du? Am Spawn? Nö. Ah, hier. Ah, stimmt. Das hab ich gar nicht gesehen. Ey, wo war das da oben? Oh, 19. Ja, auf der Schule. Hä, das ist wirklich das Letzte. Da oben, ich seh's. Wo oben? Ne, spaß, wieder voll getrollt. Okay, eins brauch ich noch. Aber wo ist das? Oh, oh. Nein! Leute, bitte. Bitte zeigt mir das Letzte. Ich hab das Letzte. Ich hab's hier gelegt. 20 von 20. Und ich hab das Abzeichen und das Auto. Ich auch. Ich hab's auch. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Ich hab's das allererste. So gespawnt. Fertig. Hä? Ich hab... Hä? Ich bin schon lange draußen. Hä? Ja, ja, ja. Was soll ich mir erzählen? Ich hatte das schon vor 10 Jahren. Ja, dann wo bist du denn mit dem Auto, hä? Ich bin schon weggefahren. Ha, ha, ha. Natürlich. Das glaub ich dir. Okay, wartet mal. Stimmt, jetzt haben wir gar nicht das Auto angeschaut. Moment. Moment. Das sieht voll krass aus. Das schwebt einfach. Moment. Ich spaw das jetzt auch nochmal. Okay. Hier ist es. Wow, Luete. Was ist das? Hä? Achso. Hä? Das steht ja wirklich. Ja, sag ich doch. Glaubst du, ich trommel dich oder was? Nein, Quatsch. Yeah. Ey, pass mal auf. Sag mal, geht's noch? Oh, oh. Ey, hä? Das Ding kann man gar nicht steuern. Okay. Okay, okay, verstehe. Hä? Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber das sieht total komisch aus. Ja, irgendwie so ein Roblox-Logo. Aber irgendwie auch das alte. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das Auto komplett Ohio-haft aus. Ja, das stimmt wohl. Aber ich find's cool, dass es so ein bisschen schwebt. Ich glaub, es ist kein Auto, das schwebt im Rekhaven, oder? Hä? Na klar. Ah, welches? Kennst du nicht das schwebende Dings-Auto? Hm, genau. Das schwebende Dings-Auto. Ja, ja, das Dünner-Auto. Dings-Dreieck. Das Dünner-Mobil. Okay. Das schwebende Dünner-Mobil. So. Bist du noch on? Ja, Leute, ich bin noch on. Aber wir gehen jetzt einmal zu 700 Player. Und ich verteile euch dann mal ein paar Bubus. So, let's go. Leute, was ist eure Meinung zu der Hand? Wie findet ihr das ganze Event hier? Dass man die Items bekommt und so. Bla, bla, bla. Also in den nächsten Streams kann ich auf jeden Fall wieder ein paar mehr Items verlosen. Falls ihr heute keins bekommen habt, seid nicht traurig. So, wir gehen einmal... Oh, warte. Nicht in den privaten Server. Wir gehen in den öffentlichen Server. Let's go. Aber weißt du, was ich cool finde an dem Event? Dass du einfach so gratis Kopfhörer verschenken kannst. Einfach komplett so an jeden. Das ist super cool. Vor allem, das ist voll nett von Roblox. Oder generell. Ich finde, das macht einfach Spaß, solche Sachen zu sammeln. Endlich, Roblox. Das haben wir gebraucht. Auf jeden Fall. Okay. Leute, es wird Zeit für ein paar Bubuks. Ich bin hier in 700 Player. Mal schauen, wann der Server abschmiert. Oder ob er überhaupt abschmiert. Das heißt, ihr könnt jetzt einmal eure Namen reinschreiben. Und ich sehe, uns fehlen bei Roblox... Moment mal. Uns fehlen bei Roblox ganz genau 1.600 Follower. Und dann haben wir die 100k auf Roblox geknackt. Ist das nicht cool? Oha, bekommst du doch nicht irgendwie so ein Award? So ein Ding? Ja. Ja, natürlich. Das wird richtig sui. Warte mal, mein T-Shirt stinkt. Ich muss mal hier... Okay, und so. Umgezogen. Oha, wie viele Leute sind bitte jetzt schon drin? Moment. Wie viele sind das? Ich sehe das gar nicht. 330. Wow. So Leute, weiter geht es mit den Bubuks. Ich verteile an 30 Leute heute Roblox. Also, schalt jetzt eure Namen einmal rein. Ich bin so gespannt, wie ich das jetzt mit dem Musikvideo mache. Ja, das ist eine gute Idee. Ich wollte eigentlich wirklich das allerbeste Musikvideo und ganz Roblox machen. Mein Lieblingsmusikvideo. Ich habe da so eine krasse Idee. Aber das mache ich jetzt alles kaputt. Ich kann das gar nicht machen ohne Freecam. Also, du brauchst eigentlich so Autos und sowas in Brookhaven oder einfach nur die Skins? Weil zur Not, ich könnte so ein Fake Brookhaven machen. Ich brauche Autos, Polizeiautos, den Tresor. Ich brauche das Gefängnis, das Riesengefängnis. Ja, okay, dann. Ja. Gut, Leute. Ich brauche das. Du hast ja dann im Chat noch nie Bubuks von mir, hä? Ich. Ja, ja. Wie viele Bubuks hast du eigentlich? Äh, drei. Drei? Tausend. Wow, du hast mehr als ich. Ich. Ja, gerade. Du bist meine Traumfrau, meine Traumfrau. Du bist meine Sui-Baby-Vertrau. Mir werde ich hier sage, dann gibt es keine andere Frau für mich. Lieber bleib ich allein. Ja, Leonie sagt, die hatte auch noch nie. Einfach, Leute, eure Namen reinschreiben. Lasst doch auf süß einen Daumen nach oben da für diesen coolen Stream. Abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut noch bei AA-Pups vorbei. Oh, ja. So. Moritz. Moritz. Du bist nicht in der Gruppe, Moritz. Hey, Moritz, was soll das? Mann, 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 Moritz. So, Shadow. Du bist in der Gruppe sehr gut. Perfekt. Einfach rein, spam eure Namen. Wenn ihr nicht in der Gruppe seid, kommt rein, Leute. Der Link ist in der Beschreibung. Oh, mein Baby. Ja, ich bin ein Fassi. Ja, du bist ein Fassi. Ja, wir passen so zusammen. Ja, mit mein Ferrari. Ich schenke dir mein Money. Dann gib mir ein Fassi. Emi, BKS, du hattest noch nie. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Noch drei Leute kommen auf diese Liste. Warte mal, Mario streamt immer noch. Leute, dann könnt ihr gleich auf jeden Fall zu Mario in den Stream gehen. Hast du jetzt eigentlich auch gestreamt? Ja, natürlich, immer noch. Hä? Immer noch? Ja. Streamst du gleich weiter, weil ich beende gleich. Ich weiß nicht. Vielleicht versuche ich noch, die Items zu bekommen in den Spielen, wo ich es nicht geschafft habe. Also, Barry oder so. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, Leute, ihr könnt gleich zu Array gehen. Und dann noch ein bisschen weiter den Stream anschauen. Okay. So, ihr bekommt alle 300 Bubuks. Leute, wir waren jetzt aber auch schon. Drei Stunden live und davor waren wir noch mal anderthalben Stunden oder so live. Also, heute waren wir über vier oder fünf Stunden live. Das ist Rekord, so lange war ich schon lange nicht mehr live. So, Freunde, es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Danke nochmal an jeden, der hier am Start war. Ich verteile jetzt nochmal an die letzten 15 Leute Robux. Alle, die jetzt Robux bekommen haben, bitte euren Namen nicht mehr reinschreiben. Weil ich kopiere wirklich zufällig die Namen einfach aus dem Chat raus. Und es soll hier keiner doppelt bekommen, sondern lieber jeder einmal. Mimi Mango, du musst nochmal in die Gruppe gehen hier. Mucki, du bist drinne. Sehr gut. Tombi, Paul, du bist auch drinne. Sehr gut. Du bist auch drinne. Sehr gut. Okay, die letzten paar Leute. Und dann sind wir fertig. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Noch vier Leute. Und die letzte Person ist die Suchschmerz gezielt aus. Irgendjemand mit einem Lami-Bild, so, hier. Lara. Oh, Lara. Lara. Ja, das ist dein Name. Warte mal, hier ist einer in VR drinnen, in dem Spiel. Hä, wie, wo? Ja, hier, der fliegt einfach rum. Und der hat so Hände. In der Hub-Lobby? Nein, bei dir, in dem 700-Player-Server. Warte mal, was, das geht? Siehst du da? Ich habe mir die VR-Brille bestellt. Also Leute, bald kommt bei mir auch Roblox VR-Content. Ich glaube, das wird der beste Content überhaupt. So, letzte Person. Zack. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, Leute, viel Spaß mit den ganzen Bubux. Wir schauen uns jetzt... Hä? Der Server ist nicht abgespielt? Eh, nö. Und wo ist der Riese? Riese? Was meinst du? Also der mit VR. Äh, der rennt gerade weg hier. Der ist bei dem Sand hinten, hinter der Orbi. Ah. Leute, bald gibt es auf meinem Kanal auch endlich Roblox VR. Das heißt, ich bin dann so richtig im Spiel drinne. Mit so Brille und so. Also ja, das wird sowas von cool. Das werden nochmal ganz, 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 ganz krasse Videos. Und zwar werden wir so dann auch Lamy Sagt spielen. Also Leute, ich bin dann so ein VR-Riese. Und dann kann ich euch auch mit meinen Händen wirklich packen und wegwerfen und so. Also das ist so lustig. Ich habe die VR-Brille schon bestellt. Äh, Emilia, die hat einfach so Waffen. Ja, ja, genau. Emilia, will zocken. Emilia, gib mir VR. Nein. Okay, Leute. Freut euch auf jeden Fall auf coolen Content. Jetzt die zwei Wochen werden auf jeden Fall ein paar mehr Streams folgen. Wir werden natürlich so viele Items wie möglich an euch verschenken. Ich werde Robux verlosen, wie immer. Leute, morgen kommt auf jeden Fall der Sui-Remix online. Nein, ich muss das ganze Musikvideo jetzt noch irgendwie machen. Ohne Freecam. Mal schauen, wie ich das mache. Und ob überhaupt morgen ein Musikvideo kommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Leute, danke für den coolen Stream. Danke, dass ihr alle dabei wart. Danke, dass ihr alle fleißig mitgefiebert habt und kommentiert habt. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen kommt auch ein Gaming-Video, Leute. Schaut euch alle das Gaming-Video an. Und ansonsten könnt ihr jetzt auf jeden Fall den Stream bei A-A-Ray weiterschauen. Let's go. Ja, ich versuche noch mal Badges zu bekommen, paar Abzeichen. Genau, Leute. Also, wenn ihr noch ein bisschen Roblox-Stream schauen wollt, dann schaut jetzt bei A-A-Ray vorbei. Okay, okay, okay. Den Link habe ich nochmal hier reingeschickt. Und, Leute, nicht vergessen, Emily hatte auch noch heute ein Video hochgeladen, oder? Ja, doch, hat sie. Ja, okay. Leute, das verlinke ich auch nochmal hier. Also, schaut euch jetzt an, was ihr wollt. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich muss jetzt auf jeden Fall die ganze Nacht noch durcharbeiten und das Musik-Video für euch machen. Also, Leute, wir sehen uns morgen. Ich habe euch lieb. Bleibt alle gesund. Und, ja, Leute, wir sehen uns. Ciao, bis morgen. Bis zum nächsten Mal.